Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Let's Show Planet of Lana, ein wunderschönes, größtenteils handgezeichnetes Indie-Spiel, entwickelt von Wishfully Studios und gepublished von Pandafull. Das Ganze ist erhältlich für PC und die Xbox-Konsolen, also sowohl die One, die S als auch die X, neuerdings auch für Playstation 4 und 5 sowie Nintendo Switch und wenn ihr Spiele wie Orient the Blind Forest, Inside und all diese Puzzle-Plattformer gefeiert habt, so wie ich, dann seid ihr hier genau richtig. Und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lassen würdet und gerne auch ein Abo, um künftig solche Spiele hier nicht mehr zu verpassen, denn das ist meine Passion. Ich liebe solche wunderschönen Spiele mit einer meist auch emotionalen Story und genau das erwartet uns hier in Planet of Lana. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, wir spielen Lana, ein kleines Mädchen, glaube ich, das in einem Fischerdorf aufgewacht ist, hier auf dieser Welt, in diesem Planeten. Und, ähm, es sieht zwar alles jetzt noch sehr idyllisch aus, das wird sich aber schnell ändern. Auf unserer Reise werden wir dann auch von einem kleinen süßen Wesen begleitet werden und unsere Aufgabe ist es, den ganzen Planeten zu retten. Was genau geschieht, das finden wir jetzt. Raus! Abfahrt! Neues Game! Ich freue mich sehr! Ja, Spielzeit ungefähr dreieinhalb Stunden. Also ich denke, wir spielen das heute komplett durch. Und erhältlich ist es seit dem 23. Mai 2023. Oh, es ist so hübsch. Das sind wir. Die andere ist unsere Schwester. Und, äh, die Sprache, die hier gesprochen wird, ist tatsächlich eine ausgedachte. Finde ich eigentlich immer ganz sympathisch, wenn sich Entwickler sowas ausdenken. Das zeigt dann nochmal mehr, dass sie einfach ihre eigene Vision verfolgen, fühle ich. Ja, schönes Fischerdorf, aber wahrscheinlich auch von Armut geprägt. Würde ich jetzt mal vermuten. Aber ja, safe. Als Kind hätte ich hier auch richtig viel Spaß. Oh! Außer es bricht alles in sich zusammen. Dann eher nicht. Ich liebe dieses Game. Schön, dass du reinschaust, Christian. Herzlich willkommen. Wenn ich mal stuck bin, dann darfst du mir gerne helfen. Ich glaube, es gibt auch... ...Secrets zu finden. Also so Schreine. Es sollen wohl zehn Stück sein. Versuche sie alle zu finden. Wenn ich mal an einem vorbeilaufe, dann dürft ihr mir gerne Bescheid geben. Boah, was ein schöner Markt das gerade war. Also sehr lebendig das Ganze hier. Fühle ich. Ja, ich glaube, wir dürfen uns gar nicht so weit von unserem Zuhause entfernen, weshalb wir hier gerade so ein bisschen aufs Self unterwegs sind. Alles klar. Ja, Vorsicht. Die Fleischerin sieht nicht so aus, als wenn die... ...ne lange Schnur hätte. Die tickt bestimmt aus, wenn sie uns erwischt. Aber mein Gott, das sind halt Kinder. Wow. Wir machen halt Blödsinn. Wir wollen das erleben. Oh, da ist schon eines dieser Wesen. Aber das, das uns begleiten wird, wird viel, viel kleiner sein. Ungefähr wie die in den Käfigen. Das hat was sehr Mystisches. Aber das Große ähnelt einem Warzenschwein, würde ich jetzt mal sagen. Ist das ein neues Spiel, was vor kurzem rauskam? Ja, von nicht mal einem Jahr. Wurde, glaube ich, groß vorgestellt auf der Xbox-Präsentation. Aber es ist, wie gesagt, mittlerweile für alle Plattformen draußen. Ja, genau. Es sind zehn Schreine, die meistens sind sehr offensichtlich. Ach so. Ja, okay. Dann hoffe ich mal, dass wir alle zehn finden werden. Aber wenn nicht, dann gerne helfen. Oh, es wird sogar schon Abend. Jetzt haben wir den ganzen Tag nur gespielt. Sind aber auch sehr weit von unserem Zuhause entfernt. Ob das so gut ist, weiß ja nicht. Sieht echt wunderschön aus. Absolut, Alter. Vor allem in 4K. Einfach ein Banger. Gebetsstunde, oder wie? Ihr Schwisterliebe. Ihr Schwisterliebe. Jetzt weiß ich aber nicht, was das ist. Sind das Gräber? Imagine, das sind die Eltern. Weil wir haben keinen Vater und keine Mutter gesehen in dem Haus, oder? Ich denke mal, das Spiel wird auch sehr viel Freiraum für Interpretationen lassen, weil es ist häufig bei solchen Spielen so. Ich habe das Gefühl, die Eltern sind tot. Und was passiert da gerade am Himmel? Und was passiert da? Okay, das war's mit der Idylle. Das geht! Sieg der Sterne. Oder... A quiet place. Falls ihr das kennt. Eine Invasion! Oh nein, was ist mit den ganzen Leuten im Dorf? Werden auch sie entführt? Oder gar Schlimmeres? Oh mein Gott. Wo kommen die her? Was wollen die? Crazy. Würde Pokémon so aussehen? Das wäre schön, ja. Eine Drohne! Das war knapp. Ich würde meinen ersten Tod sehr gerne sehr weit nach hinten ziehen. Und nicht schon gleich beim ersten Gegner sterben. Boah, aber wie gut das einfach aussieht. Ich war in dem Trailer schon begeistert. Aber erst jetzt so Vorsicht zu haben ist nochmal eine Ecke epischer. Boah, wie groß sind die Dinger? Da war das Teil, was meine Schwester entführt hat, ja gar nichts gegen. Wow! Ein Wächter aus Zelda! Gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden, oder? Oh nein! Oh nein! Die anderen werden auch entführt. Aber warum? Was wollen diese Maschinen von uns? Wir haben noch nichts getan! Kein einziger mehr da! Alle weg! Oh, da ist unsere Schwester! Aber wir können nichts tun! Wenn wir uns zu erkennen geben, dann sind wir auch in der Kuppel. Das einzige, was wir tun können, ist untertauchen und die Verfolgung aufnehmen. Ey, schrecklich! Vorhin war hier noch alles so schön belebt. Und nun... nichts mehr davon übrig. Geh weg! Boah, diese Geräusche! Du du du... Du du du... Oh nein! Boah, es hat schon echt... episches Ausmaß hier gerade. Oh. Ah... Ne, 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 ne... Leise sein. Nicht erwischen lassen. Moment, lieber noch mal kurz abwarten. Okay, go. Lass dich nicht fangen. Ah, der Wächter schon wieder. Wie trägt sich den denn aus? Ah, okay, gut. Der patrouilliert immer hin und her. Ah, jetzt bin ich ein bisschen langsam. Schnell. Ah, er kommt. Aber passt nicht durch. Besser ist das. Schnell. Oh no. Drohne, 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 Drohne. Kann ich nicht eigentlich schneller laufen oder schneller schwimmen? Ich glaube nicht. Der Stil erinnert mich an Ori. Ja, ein bisschen. Manche Indie-Spiele sind echt schön. Ist so, ja. Ist das der Nachfolger von Inside? Nein. Den wollte ich auch mal spielen. Summerville heißt der. Ist aber, glaube ich, durch Wachsen angekommen. Ich verstehe aber, dass du den Vergleich ziehst. Vom Gameplay her ist es natürlich auch ein Puzzle-Plattformer hier. Aber von einem anderen Entwickler. Das Game macht schon einen interessanten Eindruck. Auf jeden Fall Double. Auf jeden Fall Double. Also ich hoffe, dass es sich dann auch als gut rausstellt. Aber die Wertungen sind gut. Ich war schon begeistert vom ersten Trailer. Spielzeit ist jetzt ein bisschen spät. Ja, I know. Aber manchmal findet man halt nicht die Zeit. Und heute hatte ich Bock. Wenn auch ihr es schön findet, dann teilt das gerne an eure Freunde. Je mehr Leute wir hier sind, desto chilliger wird's. Meistens. Und ich glaube, es wird auch noch sehr challenging, was die Puzzle angeht. Aber gucken wir mal. Ey, aber no joke. Allein wegen der Grafik lohnt sich das schon. Ist das nice. Oh je, ich glaube, wir werden müde. Ja, kein Wunder. Das war eine anstrengende Flucht. Uns verlässt die Kraft. Und der Mut. Aber nicht die Hoffnung, hoffentlich. Boah, jetzt bloß sich erwischen lassen. Willkommen zu Planet of Lana. Geiler Start. So ein bisschen wie Inside, nur weniger düster. Ja, das kann man so sagen. Aber ich weiß nicht, vielleicht wird's auch noch sehr düster. Wir werden verschiedene Biome bereisen. Eine Wüste hat man schon im Trailer gesehen. Den Wald. Und ich glaube, Höhlen. Mal sehen, was alles kommt. Und mal sehen, was die Story zu bieten hat. Bisher wissen wir nichts. Ich glaube nicht, dass deine Schwester da liegt. Die ist zusammen mit allen anderen vermutlich in irgendeine Basis gebracht worden. Also erreichen wir sie schnell. Bin gespannt, wie die Story wird. Same, Finos. Also da weiß ich wirklich gar nichts. Danke für 14 Monate, by the way. Das sind auch wieder so kleine Wesen. Also es ist auf jeden Fall nicht die Erde, auf dem das hier spielt. Also. Nehme ich zumindest mal stark an. Weil solche Wesen, wie wir sie bislang gesehen haben, wären mir auf unserem Planeten nicht bekannt. Aber es gibt Menschen, also. Äh. Vielleicht. Spielt das weiter in der Zukunft? Wo die Menschen bereits an den anderen Planeten. Besiedelt haben. Playdead. Firma von Inside hat nur zwei Spiele. Inside und Limbo. Ne. Sommerwilbel, wie gesagt, haben sie auch noch. Und sie arbeiten gerade an einem weiteren. Oh. Ist das das Wassenschwein, das vorhin bei uns gefangen war? Ich hoffe, es will keine Rache nehmen. Wir haben dich nur gehalten, um dich zu füttern. Oder so. Das musst du mir glauben. Ne. Lauf. Kamera. Danke. Aber man kann wohl wirklich nicht rennen. Seltsam. Liebe deine Videos, zauberst mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Vielen lieben Dank, Selina, für die 5 Münzen. Und auch Kuss an dich. Schönen Abend. Boah. Nachrutschen ist mir jetzt nichts in Mut. Ich hab Angst. Was ist das für ein Geräusch? Ich höre irgendwas. Da oben war eine Kiste, ne? Ah, hier auch. Unser erstes Rätselgeist. Okay, ich denke, wir sollten erstmal die zweite Kiste holen. Johanna, vielen lieben Dank für die Mitgliedschaft. Süß, die kleinen Wesen. Yo, warte ab, bis wir unseren Mui finden. Das ist das Einzige, was ich schon weiß. Also, wir bekommen halt einen Begleiter. Einen sehr, sehr süßen, kleinen Begleiter. Namens Mui. Aber dauert wohl noch ein bisschen. Und das Wesen ist so eine Art Katze. Mr. Fawkes, vielen lieben Dank für die Ehrenmitgliedschaft. So, ich glaube, ich weiß schon ungefähr, was hier verlangt ist. Wir müssen halt gucken, dass wir da nach rechts oben weiterkommen. Sprich. Das muss gesenkt werden. Genau. Aber eigentlich nach ganz unten. Und wir brauchen hier... Einmal die Kiste. Um das zu stabilisieren. Damit es nicht mehr runterfällt. Und später... Nee, eigentlich jetzt. Müssen wir da die Kiste draufstellen. Damit das oben bleibt. Yeah. Grafisch auf jeden Fall stabil. Yes. Passt das so? Schon, oder? Ja gut, vielleicht noch einen Millimeter weiter nach rechts, damit ich das auch richtig greifen kann. Warte mal, ist da unten was? Nee. Mhm. Heps. Yes, läuft. Der Kleine ist schon auf dem Thumbnail zu sehen. Oh ja, true. Ey, wie schnell die einfach sind. Aber krass, ich würde auch gerne so durch die Luft fliegen können. Mui, klingt schon süß. Auf jeden. Och nö. Schon wieder so ein Biest. Aber ich muss es in diese Spalte da locken unter mir. Komm her. Butter. Wow, Alter, wie langsam zieht denn Lana sich hoch? Ey, ich dachte, der ist gestunt. Der ist ja super schnell wieder aufgestanden. Was habe ich denn da jetzt falsch gemacht? Ich bin eigentlich sofort gelaufen, oder nicht? Ja, das Hochziehen, das dauert so ewig. Ja, das ist ja wirklich anders, krass. Ultraknappe Messen, und das schon am Anfang des Spiels. Oh mein Gott. Weiß nichts zum Schwierigkeitsgrad, aber... Macht mir ein bisschen Angst. Genauso wie diese Zentakel. Was ist das denn hier? Ich glaube, wir müssen da irgendwas drauflegen. Ähm. Der schläft sicher nur. Ist das ein Schrein? Sieht so aus. Eins von zehn. Wie viel kostet das Spiel? Kein Plan, es kommt auf die Plattform drauf an. Ich habe es auch in einem Bundle mit Summerville gekauft. Weiß den Einzelpreis gerade nicht. Ich schätze mal ein Zvanni. Mhm. Das ist die PC-Version bei mir übrigens. Warum die böse Musik? Was ist da oben? Sind wir vielleicht schon entdeckt worden? Das Spiel ist im Game Pass drinnen. Echt? Ey, ist das Mui? Was zum Geier ist das für ein Behälter? Okay, du bist frei. Das ist schon mal gut. Kann ich das Ding verschieben? Weil ich kann nicht so hoch springen wie der Kleine. Warte mal, ich glaube, wir können das wieder schließen, oder? Ja, und dann verschieben. Mhm. Achso. Okay, nice. Ich glaube, das ist Mui. Sieht jedenfalls genauso aus wie auf dem Bild. Was ein Süßi. Ich glaube, von dem kann man auch Plüschis kaufen. Das mache ich einfach direkt. Wo bist du denn hin? Willst du mir nicht danken, oder so? Oder willst du mir was zeigen? Oh, wie nice das Gras einfach aussieht. Was bringen die Schreine? Ich habe keine Ahnung. Aber das sah jetzt aus wie eine Art Plan. Vielleicht macht es Sinn, wenn wir alle gefunden haben. Also Augen auf. Nichts verpassen. Wo führst du mich hin, Kleiner? Im Mäldchen, der ist böse und lockt mich in eine Falle. Au! Warte, ist da eine Höhle? Ne. Aber echtes Game ist ein Game Pass? Das ist ja richtig chillig. Ah, ich glaube, er hat mich zu seinem Zuhause geführt. Hier sind noch mehrere, den Augen nach zu urteilen. Hey, danke dir. Sommerville ist doch nicht von Playdate. Hä? Habe ich da irgendwas verwechselt, Alter? Ja, ist doch egal. Das wollte ich jedenfalls auch mal spielen. Das sieht alles andere als sicher aus hier, aber nur gut. Ist der einzige Weg. Ich glaube, wir haben das erste Kapitel damit abgeschlossen. Kann das sein? Ich glaube, das Game hat so 10, 11 Kapitel. Also wahrscheinlich gibt es auch pro Kapitel einen Schrein, würde ich jetzt mal sagen. Macht zumindest Sinn, die Aufteilung. Oh, oh, ich höre irgendwas Mechanisches. Nein! Ah, wer hätte gedacht, dass der Glaskasten jetzt sogar sein Leben rettet. Okay, wie machen wir das? Ich weiß es gerade echt nicht. Ja, ich bin tot. Ja, du hast halt meistens nur einen Versuch, ne? Okay, seltsam. Na gut, es war wahrscheinlich gewollt, dass ich das erstmal nach rechts verschiebe. Dann komme ich nämlich sicher rauf. Aber schafft man das echt in der Zeit? Ja, doch. Wobei... Boah, war das knapp. Wie soll er mir denn jetzt folgen? Achso. Ah. Ich lock den Heini hier nach hinten. Schnell! Lauf! Okay. Ah. War eigentlich gar nicht so schwer. Unnötiger Tod. Man hätte halt mehr in der Wiese warten müssen. Habe ich gar nicht gemacht. Aber ich glaube, wir werden doch oft sterben. Tod Nummer 1? Ne, schon der zweite, actually. Als ob du einen anderen Weg gefunden hast. Aua. Ein Traum. Wir sind tot. Ja, wir sind halt schon tief gefallen, ne? Muss man sagen. Oh nein. Es ist safe, ein Albtraum. Oh, ist das nicht sogar derselbe Weg? Ja, ne? Wir erleben das Trauma erneut. Also, wenn die Eltern wirklich tot sind, dann ist das ja schon schlimm genug. Aber jetzt ist auch noch unsere Schwester weg. Will ich mich gar nicht reinversetzen, wie schlimm das sein muss. Okay. Ich habe das Gefühl, wir werden diesen Traum noch häufiger träumen und dann geht es wahrscheinlich immer weiter. Ja. Aber ist ja auch völlig klar, dass wir komplett traumatisiert sind. Aber hey, scheinbar leben wir noch. Oh, so süß. Moment. Sind wir doch tot? Das Spiel geht einfach nur noch mit Mui weiter. Ach, nee. Boah. Aber ich glaube, irgendwas Schlimmes wird früher oder später noch passieren. Wie die Sprache ist so süß. Wie sie sich einander vorstellen. Wie sie sich einander vorstellen. Mui und Lana. A new dream team. Wir können ihn streichen. Oh. Spätestens selbst hätte ich das Game gekauft. Krass. Ja, es ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr schöner Beginn. Was ist das für ein seltsamer Halbmond da im Hintergrund? Was? Anhalten? Folgen. Warum das denn? Ach so, wahrscheinlich, wenn es gefährlich wird oder wie? Ist das nur in Let's Show? Na ja, was heißt nur? Es ist eins. Ja, aber wir spielen es durch, I guess. Der ist so cute. Absolut. Ich kaufe mir das Blüschi einfach. I love it. Ich finde, Geschwister zu verlieren ist noch schlimmer. Echt? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube, es ist falsch, das zu unterscheiden. Es ist einfach generell schlimm, Familienmitglieder zu verlieren. Es kommt halt auch darauf an, was man für eine Bindung hat, ne? Wenn man jetzt eine schlechte Beziehung zu seinen Eltern hat, dann ist es nicht so schlimm, wie wenn man ein ultra gutes Verhältnis zu seinen Geschwistern hat. Ich glaube, das kann man nicht so pauschalisieren. Ach so. Dafür ist die Funktion. Äh, by the way, wenn ich einen Schrein verpasse, und ihr wisst das, dann spammt den Chat auch voll, ne? Nicht einfach nur, yo, du hast das verpasst, weil das könnte ich überlesen. Bei solchen Sachen dürft ihr ruhig spammen. Genau so, wie wenn irgendwas mit dem Ton nicht stimmt. Einfach spammen, spammen, spammen. Wie irre. Komm her. Aber schnell. Ach so. Ja, gut. Er kann richtig krank springen. Das, äh, darf man nicht unterschätzen. Warte mal, ich hab das Gefühl... Ist da unten noch was? Weil da ist halt auch noch so ein schwarzer... Äh... Was auch immer. Kann man da hin? Weißt du was? Ich spring jetzt einfach mal. Okay. Das ist halt das Ding, wo man alles Secrets finden will. Ja, egal. Ich dachte nur, dass dann, dass dann da unten halt noch so ein, so eine Art Schalter ist. Ich mein, warum macht man denn da sonst noch so ein, noch so ein Zeugs hin? Macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Aber mal gut. Dann halt nicht. Boah, danke dir für die 10er Sub-Bomb. Ähm. Lieber. David Fight. Danke dir für 10 gegiftete Subs. Andi. Komm. Unity. Lasst ein paar Herzen da. Kuss. Boah, hier geht's jetzt aber runter. Das ist aber mehr als eindeutig, du. Na, der muss aber schon sehr genau stehen, ne? Komm her! Komm her! Ja gut, das Beste ist, man stellt sich erstmal selber drauf, wartet, bis er kommt und setzt ihn dann hin. Jetzt weiß ich nicht, ob es da unten normal weitergeht. Oder hier? Ich bin verwirrt! Aber ich denke, er muss hier rüber. Hopps! Jetzt bleibst du da. Ich hab gesagt, du bleibst da! Sei bitte nicht nur süß, sei auch schlau. Ey, warum spurt der mir nicht mehr? Jetzt. Okay. Ja, es scheint schon der normale Weg zu sein, oder? Doch. Tatsächlich. Kein secret. Arrgh! Was ist das? Der Stein! Der bewegt sich! Habt ihr das gesehen? Hoffe, das ist kein schlechtes Zeichen. Ah, und jetzt ist hier der Weg frei. Alles klar. Wenn Mui etwas passiert, ja, ich bin sicher, der kann auch verrecken. Deswegen, wir müssen auf beide aufpassen. Ganz wichtig. Aber lieber sterbe ich als er. Gedrückt halten heißt nur folgen. Hab ich das vorhin unbewusst falsch gemacht? Kann sein. Moment, was ist das jetzt hier? Wow! Kann dem voll die krassen Anweisungen geben. Nice. Ja, okay, hast recht. Ich muss noch ein bisschen lernen, wann nur kurz drücken, angedrückt halten. Ich denke, das wird sehr, sehr essentiell, dass man mit den Funktionen klarkommt. Da ist deine Schwester nicht. Wie kommst du darauf? Liebe deine Livestreams und Videos, schönen Abend wünsche ich. Ich dir auch, Ayabeme. Danke für 37 Monate. Okay, warte mal kurz. Wie geht das? Da unten ist jetzt aber nichts, oder? Ich mache jetzt nicht nochmal denselben Fehler wie vorhin. Außer ihr spammt gleich alle. Oha, Bronchitis. Gute Besserung, Thomas Behrens. Das ist nicht gut. Ich glaube, wir haben die Höhle erreicht. Der Kleine erinnert mich an Botamon aus Digimon. Sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ich kenne aber auch nur die ersten drei Staffeln. Botamon? Ein Plan. Ach, deswegen hat sich vorhin der Stein bewegt. Das hat auch mit so einem kleinen Viech zu tun. Frage ist jetzt bloß, ist da Freund oder Feind im Spiel? Ähm. Was ist die Hölle? Was ist die Hölle? Aber ich glaube, ich habe schon eine Idee. Ich glaube, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass Mui rüberkommt. Und das tun wir, indem wir den Stein dahin locken. Hallo? Stein? Warum reagiert er jetzt nicht? Reagiert er nur, wenn Mui in meiner Nähe ist? Als ob? Warte. Kann der... Ja, ich glaube, der kann auch killen. Das heißt, ich kann Mui nicht neben den Stein setzen. Boah, wie geht das denn? Jetzt bin ich gerade wirklich etwas überfragt. Das ist ja ein seltsames Rätsel. Kann ihm aber natürlich auch sagen, ey, geh da mal hin. Und geh jetzt da hoch. Schnell. Okay. Das hat funktioniert. Du kannst Seile durchbeißen. Sehr schön. Okay. Oh nein, da ist wieder ein kleiner eingesperrt. Aber das war bei uns im Dorf auch so, ne? Warum? Ich glaube, das sind aber keine Mui's. Das sind andere Wesen. Kein Plan. Sehr, sehr verwirrt. Es gibt noch sehr viele Mysterien, in diesem Spiel zu lösen. Frisst der Mui? Ja, das Steinmonster hätte ihn gefressen. Ziemlich sicher. Also diese Tentakelarme haben schon den Eindruck gemacht, als würde er ihn verspeisen wollen. Kannst du hier graben? Oh, Schaufler hast du auch noch drauf. Also im Moveset ist Scham, Schaufler und Biss. Biss her. Bisschen dumm, dass er jetzt aber hier nicht... Okay. Wir haben immer noch erst einen Schrein gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob das so passt. Komisch, dass man die nicht befreien kann. Ja, das macht mich eben auch etwas stutzig. Aber wie gesagt, bei uns im Dorf waren die ja auch in diesen Käfigen drin. Vielleicht sind die böse? Auch wenn sie nicht ja noch aussehen. Was befreien? Das kleine Wesen in dem Käfig eben. Oh, jetzt kommt Elektrizität ins Spiel. Glaub nicht, dass Mui da einfach so dranbeißen darf. Ja, Mui wird dann von dem Steinmonster gefressen. Das ist mir passiert. Ja, dachte ich mir. Okay, was ist das hier? Das muss Mui auf jeden Fall wieder zerbeißen. Ja, okay. Also der Schrein war jetzt auf jeden Fall geschenkt. Und das ist auf jeden Fall eine Art Blaupause. Warum ist da ein Menschenbaby drauf eingezeichnet? Was zum Teufel? Wollen die mir jetzt erzählen, dass das eine Mischung aus Cyborg und Menschen sind? What the... Okay, why the hell kann ich das verschieben hier? Wofür brauche ich das? Aha. Ach so. Oh. Jetzt ist der Strom weg. Aber ich komme ja auch nicht rauf. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube, wir müssen erst mal zusammen mit Mui rauf und danach dann runter, um den Strom auszuschalten. Und wir lassen Mui halt da sitzen. So lange. Ich hoffe, der ist nicht so dumm und beißt vorher schon rein. Oder nehme ich da Schaden? Wir müssen es halt jetzt einfach mal ausprobieren. Nee, ist okay. Ah, er kommt aber nicht rein. Ich lasse ihn trotzdem mal da sitzen. Vielleicht funktioniert es ja. Oder? Moment, wenn ich jetzt hier... Nee, er kommt dann hoch. Okay. Oh, jetzt sagt er aber nicht, mit der Funktion wäre es gegangen. Aber ich glaube, man kann ihm dann... Nee. Man kann ihm nur sagen, dass er da... Oh, warte, 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 warte. Ah. Ah, okay. Aber was zum Teufel bringt das? Musst du doch auf die Brücke rauf, oder nicht? Nein? Nee. Das scheint Mui's Weg zu sein. Na dann komm. Aber schaffst du wirklich diesen Jump auch? Nee. Hab dann nicht. Ich weiß nicht, ob da oben noch was gewesen wäre. Wenn ja, dann sagt es mir. Vielleicht zeigen die Schreine die Geschichte dieser Welt. Also es wird auf jeden Fall was sehr Wichtiges sein. Deswegen glaube ich schon, dass es auch gut ist, dass wir die alle sammeln. Aber ob wir es dann checken, selbst wenn wir alle haben, ist nochmal eine andere Frage. Aber es hat safe was mit der Story zu tun, bin ich sicher. Oh, du schon wieder. Na, großartig. Also da die Zeigefunktion immer wichtiger wurde, kann es gut sein, dass wir die gleich nochmal brauchen. Nee, müsste mit Schleichen sogar reichen. Wenn er sich umdreht, dann... Speeden wir! Komm, Bui! Komm! Ja, entspannt. Du kannst mich mal. Wie der sogar nach mir greift. Ich glaube, es hackt. Auf mit dir. Was macht der Roboter? Nichts Gutes. Hepp. Die Sprache hat irgendwie was von Spanisch, oder? Artstyle bisschen weird. Hä, warum? Ist doch übelst schön. Was ist denn jetzt los? Was ist das? Ist das eines der Monster? Abgestürzt? Ja, ne? Ja. Sieht aus wie ein Lego-Stein. Ich meine, ein Klemm-Baustein. Okay, wir wissen nicht, warum der abgestürzt ist. Vielleicht haben ja sogar wir das irgendwie verursacht. Aber wüsste nicht wie. Wer hat hier gelebt? Weil irgendjemand muss ja das gebaut haben. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo Überlebende. Können ja nicht alle entführt haben, oder? Wir haben es ja auch geschafft. Nein, das war eine Bombe? Okay, kann auch sein. Stimmt. Könnte auch sein, dass sie beim Vorbeifliegen die Bombe gedroppt haben. True. Oh. Okay. Das war ein Satellit von Elon Musk. Genau. Genau. Moment. Ah, ja. Den habe ich gerochen. Ah, ja. Aber jetzt schon drei? Geht voll schnell. Hm. Also das rechts sieht aus wie ein Planet. Das oben wie eins dieser Monster. und das links unten oder, ja, links Mitte ist auch noch ein Planet. Und unter dem Monster, das macht mir Angst. Weil da ist ja ein Baby eingezeichnet. Was zur Hölle heißt das? Das ist crazy. Die Roboter sehen aus wie die Wächter aus BOTW. Ja, habe ich auch gleich am Anfang schon gesagt. Finde ich auch. Boah. Oh nein. Jetzt kommt die Kiste da ja nicht rauf. Oh, nö. Jetzt muss ich mit Mui den Stein nochmal weglocken. Aber warte. Wie mache ich das denn, ohne dass Mui stirbt? WTF? Oder kann ich den so weit hinten platzieren, dass das Ding dann nicht an ihn rankommt? Ja, hier. Hier müsste Mui eigentlich safe sein. Ich bin zu dumm für die Steuerung einfach. Gibt es auch Bosskämpfe oder ist das Game nur auf Rätseln ausgelegt? Kann ich dir nicht sagen, weil ich mich ja nicht so krass gespoilert habe, aber ich glaube es gibt keine Bosskämpfe. Oh, wobei es gibt Quicktime-Events, habe ich in den Optionen gesehen, also es wird wahrscheinlich so Cinematic-Bossfights eventuell geben, aber rechne mal nicht damit. Jetzt brauche ich Mui, äh, doch. Wenn ich jetzt hier sage, er soll kommen, schnallt er das? All the way? Er schnallt's. Ja, du bist ja ein Schlauer! Oha! Yay! Das war ein cooles Rätsel. Ist ja auch das Schwierigste, finde ich. Hättest du Bock auf ein neues Super Mario 3D-Game? Boah, nee. Auf keinen Fall. Nein, wie kommst du darauf? 3D-Mario? Hä? Ich doch nicht. Nein. Gar kein Bock. Donkey Kong auch nicht. Wer braucht Donkey Kong? Zelda? Hä? Nö. Ähm. Kannst du da hoch? Bamaki. Bamaki. Ey, so ne süße Sprache. Ich glaube, ich wechsle die Sprache. Ich will nicht mit Deutsch sprechen. Deutsch ist eigentlich eh ne Kack-Sprache, oder? Wenn wir ehrlich sind. Und auch so schwer zu lernen. Wenn man kein Muttersprachler ist. Komm her. Der Wald geht ja ganz schön lange. Was? Wieder böse Musik. Erkennt ihr irgendwas? Nee, oder? Aber Lana guckt nach oben. Was ist da los? Geh weg. Oh, jetzt müssen wir irgendwie mit Graben arbeiten. Wo kommt er denn raus? Ach da, bei den anderen Gräsern. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Mui. Was soll ich machen? Hä? What the hell? Als ob der das nicht bemerkt. Aber ja, es scheint so zu funktionieren. Wir haben Glück gehabt, Leute. Gibt's Checkpoints? Ja, ja. Ähm. Warte. Komm. Komm. Wollte sagen, als ob ich das no death geschafft habe. Oh nein. Nein. Mui hätte nach da oben gemusst. Ich glaube, das ist eine Falle für das Monster. Nein. Geh weg. Geh weg. Okay, okay, okay. Mui, schnell. Mui. Geh hoch. Oh mein Gott. Als ob ich das gerade ohne Tod geschafft habe. Da waren so viele Fehler. Boah. Ey, aber cool. Geht das als Bosskampf durch? Ey, aber zur Frage wegen Checkpoints. Unten rechts sieht man immer, wenn ein Autosave erstellt wird und diesem Zeichen. Das ist dann natürlich auch ein Checkpoint. Hier. Das Zeichen meine ich. Und gleich nochmal. Doppelt hält besser. Äh. Was ist das? Ist das die Basis? Wurden da alle hingebracht? Ich glaube, die Dinger haben auch eine eigene Sprache. Aber irgendjemand muss sie doch kontrollieren, oder nicht? Wer ist das? Hä? Okay. Jetzt kommt wohl der Höhlenabschnitt. Oh mein Gott, ist das düster. Was ist das? Okay, nice. Mui, bleib mal sitzen. Das sieht gefährlich aus. Aliens incoming. Ja, die Roboter sind ja quasi Aliens. Normaler aus unserem Heimat. Dorf entführt. Ich habe nicht gesehen, dass das ein Loch ist. Es ist so dunkel. Ich weiß nicht, ob das im Video auch so ist, aber bei mir hat man das gerade wirklich nicht erkennen können. Okay, also nicht da runter. Alright. Ja, ich glaube, bei euch erkennt man das deutlich besser als bei mir. Kann meinen Scheiß-Monitor aber auch nicht mehr heller machen. Ich weiß nicht, was das für ein Problem hat. Drecksteil. Verpeiler, vielen Dank für 47 Monate. Wie findet Mui eigentlich den Weg? Tod Nummer 4. Ja, wir kommen safe bei über 20 raus, Leute. Aber solche Spiele sind ja auch so ein bisschen auf Trial and Error aufgebaut. Das ist schon okay. Wenn es in die hunderte geht, dann würde ich mir Sorgen machen. Komme. Stopp. Ganz normal da runter zu fallen und so smooth zu sliden. Am Anfang von der Höhle. Ja. Lana ist halt eine Macherin. Okay, ich komme da nicht durch. Stopp. Zurück. Du hast deinen Schrein verpasst. Hä? Hier aber zumindest keinen Weg nach oben. Also denke ich noch weiter zurück. Ach, hier! Alter, was? Pff. Boah, da gab's gar kein Anzeichen für, oder? Okay, das links ist unsere Erde. Ziemlich sicher. Weil man sieht ja, Höhlenmensch. Dann mit so einem Schlagstock, Speer. Und immer mehr aufrecht gehen, modernisieren. Okay. Ich glaube, dann liege ich mit meiner Theorie eigentlich ganz richtig, dass wir offensichtlich von der Erde auf diesen Planeten hier umgesiedelt sind. Aber vielleicht gehörte dieser Planet ja den Robotern. Und wir haben ihn geklaut. Ja. Dann gibt's natürlich keine guten Argumente. Für uns. Wenn das so ist. Der Schrein, der war schon echt schwer versteckt. Wie viele Tode hast du in THTK? So wenig. Aber so Spiele wie THTK und BOTW, die sind doch am Anfang schwer. Ich glaube, ich bin, was weiß ich, dreimal verreckt oder so? Eher nicht. Och, mach doch nicht diesen. Aber Mui scheint ja schon irgendwelche krassen Fähigkeiten zu haben, oder? Alles reagiert irgendwie auf ihn. Es ist so düster. Und gefährlich. Oh, was ist das? Nein! Ein Spinnenmonster. Warum geht das wieder zurück? Och, nö. Ich muss unten durch. Es sieht so aus, als hätte diese Spinnen Angst vor dem Licht. Oder? Nein! Also jedenfalls nicht, wenn es richtig ernst wird. Oh boy. Ich glaube, ich muss das nochmal machen. Und dann halt durchrennen. Aber vorher entsenden wir Mui. Hier rüber. Oh, wait! Jetzt hat das Ding doch Angst vor dem Licht, oder? Ah, dann... Okay, okay, okay. Verstehe schon. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Bleib am besten hier. Ich bin der Sam. Wir müssen diese scheiß Spinne hier rüber lenken und dann quasi in diesem Bereich einsperren. Okay, 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 okay. Kletter, kletter! Schnell! Hä, wieso, wieso gehst du jetzt zurück? Beulen warst du doch... Ich bin aber auch dumm. Warum drücke ich nicht einfach Y? Ich habe doch eigentlich alles schon vorbereitet gehabt. Bär sie ein, Mui! Yeah! Also ich hoffe, das funktioniert. Weiß es ja nicht. Aber es würde Sinn machen. Ja, 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 ja. Okay, 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 okay. Habe ich mich doch nicht getäuscht, dass die da am Anfang schon so zurückgewichen ist. Und hat gemerkt, dass sie Angst hat. Und jetzt, wo das Ding stark leuchtet, gibt es gar nichts mehr. Okay, wunderbar. Wir haben 500 Laika geschafft. Vielen Dank an die 500 Laika. Komm, Mui. Lass uns gehen. Äh, warte mal. Ich muss hier hoch. Mach jetzt keinen Fehler, ja? Achso, warte, ich glaube, die Spinne kann da sowieso nicht durch. Puh, Checkpoint erreicht. Auch ein paar Limbo-Vibes, wie ich finde. Ja, ja, ja. Das Game hat so ein bisschen was aus allem, was diese Spiele ausgemacht hat. Limbo, Inside, Uri. Und verkörpert dadurch dann auch etwas komplett Neues. Finde ich schön. Was haben diese blauen Flaggen zu bedeuten? Was ist das hier? Ja. Ehh? Was? Weiß ich nicht, was das bedeutet? Das ist, denke ich, das Weltall. Und das erste war irgendein Stern oder ein Licht. Vielleicht auch der Urknall, keine Ahnung. Eine Festung, ein Tempel. Ja, scheint so. Oh, da ist das Baby von der Blaupause. Ich weiß jetzt schon, am Ende werde ich wahrscheinlich nichts verstehen. Es ist auch wieder wie bei so Mystery-Filmen, die ich gucke. Ich liebe die, aber ich check die meisten nicht. Menschen haben etwas gebaut, was uns alle sieht. Also wahrscheinlich die Roboter. Wir haben da eine Platine und ein Auge gesehen. Nochmal das Licht oder Stern, was auch immer. So einen Mui bräuchte ich auch. Bräuchten wir alle, dann werden wir alle glücklicher, glaube ich. Oh, was ist das denn hier? Die Zucht. Jagen. Gebirge. Ah, zeig nochmal her. Weiß nicht, was das links oben ist. Sterne. Ach, Raumfahrt oder wie? Hä? Weil die tragen ja auch Helme teilweise. Ach, ist das die Besiedelung dieses Planeten? Die Menschen kamen her, haben alles gejagt. Äh. Die haben es braucht, so als Tierhaltung und so. Alles erobert, besiedelt. Keine Ahnung. Ich check auch nichts, aber soll wohl so sein. Ja, ich denke, aktuell soll es noch so sein. Man kann sich ein paar Sachen zusammenreimen, aber nichts ist 100% sicher. Was ist das? Hey, warte mal. Gab es dieses Zeichen nicht gerade da zu sehen auf der Wand? Mit den Punkten und so. Aber warte, Moment. Was ist da oben? Da leuchtet was. Platinenauge, maybe technologische Entwicklung. Jaja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Aha, aha. Bleib mal hier. Ah, da ist noch so ein Zeichen. Ah, man kann die auch eindeutig zuordnen. Hier, schau mal. Das ist der da. In der Mitte. Die muss man verschieben, oder? Ah, verstehe. Hier, ganz nach links. Zwei Punkte, zwei Punkte. Genau, 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 genau. Okay, dann müssen wir aber noch Hinweise zu den anderen dreien suchen. Boah, das ist ein geiles Rätsel. Fühle ich. Das andere war eine Öl-Raffinerie. Welches Bild? Moment, brauche ich Mui dafür? Oder kann ich das auch selber anmachen? Kann ich auch selber. Okay. Jedenfalls, das Platte, das muss so stehen, dass drei Punkte links sind. Und das mit den zwei Zacken, muss ganz nach rechts. Aber dann fehlt noch eins. Warte, machen wir das erstmal, bevor ich das vergesse. Schnell, 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 schnell. Ich bin nicht der Beste im Merken. Das mit den zwei Zacken ist hier unten. Das muss ganz nach rechts. Korrigiert mich, wenn ich falsch li- Falsch liege. Da kann man noch was verschieben. Oh, hier ist der letzte Hinweis. Da muss ein Punkt sein. Okay. Ja, dann mal sehen, ob ich es mir richtig gemerkt habe. Die Flaggen haben vielleicht die Ureinwohner gemacht. Ja, kann sein. Aber woher haben sie diese ganze Technologie? Nein. Ne, gut. Wahrscheinlich. Also, als sie den Planeten erobert haben, haben sie das halt von den Maschinen vorgefunden. Nehme ich an. So, stimmt das jetzt oder nicht? Falsch, ne? Ja, ich bin halt ein Idiot. Verdammt. Welches ist falsch, Guys? Ich hätte ein Bild machen sollen. Es war so klar, dass ich es mir nicht merken kann. Also, der mit einem Zacken... Ja, okay. Der ist... Falsch. Hä, aber das sind doch viel zu viele Punkte da oben. Das passt doch so oder so nicht. Nur eins ist falsch? Ja, dann müsste das das sein. Da bin ich wirklich so blöd. Das unten rechts ist falsch. Aber der hier war doch auch eindeutig nicht richtig. Aber jetzt schon. Ja, doch. Jetzt schon. Und der untere... Was habe ich da verkackt? Mit den zwei Zacken? Mit den zwei Zacken? Wo muss der hin? Ich glaube, ich muss nochmal nachschauen. Es ist eindeutig das Rechte. Weil auf dem großen Bild... ...müssen drei Punkte links sein. Jetzt passt's. Hä? Ah ja doch. Okay. Ey, bei solchen Räsen sollte man einfach immer Bilder mit seinem Handy machen. Besser ist es. Okay, was wird das jetzt hier? Oh? Wo? Wie bitte, was? Ist er jetzt stärker geworden? Er kann diese Dinger kontrollieren und mit dem Stein können wir wiederum ihn kontrollieren. Okay. Okay, wild. Ich habe jetzt nicht mit neuen Fähigkeiten gerechnet, aber sehr cool. Äh, soll ich da runter? Nein. Ja komm! Warum geht dann unten das Licht an? Bruder. Aber ich muss doch runter, weil ich kann hier nicht weiter. Warum hast du das vorhin nicht gemacht? Was ist eigentlich mit den Schreinen, Leute? Keinen verpasst? Oh nein, was ist das für ein Viech? Kann ich das auch kontrollieren? Nö. Glitzerhasi, vielen Dank für drei Münzen! Was hältst du von einer Randomizer-Naslog für Karmicin? Oder mal wieder ein Let's Play mit Juli zusammen? Äh, Karmicin-Randomizer geht glaube ich gar nicht. Und Juli-LP, maybe, wenn wir endlich Glasfaser haben. Hier geht was. Telepathie. Äh. Achso, wir sollen das Licht nehmen. Okay. Ach, und jetzt können wir den unteren kontrollieren. Das Licht hat das verhindert. Nach meiner Info ist in dieser Höhle kein weiterer Schrein. Ah, danke fürs Nachschauen, Mirko. Lass mal am besten die Seite gleich offen. Hehehe. Die Dinger sind irgendwie eine Art Maulwurf, glaube ich. Komm, Mui. Oder ne, das war falsch. Shit, das war falsch. Wir müssen ihn nämlich genau auf dieselbe Art und Weise wieder zurückschieben, damit wir dann oben weiterkommen. Jaja, I see. Okay. Okay, 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 okay. Kein Ding. Kein Ding. So, jetzt wieder reinschieben. Genau. Boah, voll krass. Reicht noch nicht? Doch. Und jetzt darfst du kommen, Mui. Alright. Ja, so Rätsel habe ich auch noch nirgends gesehen, denke ich. Feuer ich. Oh, der Ausgang, yes. Es war mir aber ein bisschen zu düster hier. Klar, die Mystery war sehr, sehr geil, aber ich bin froh, dass wir jetzt wieder etwas mit Licht haben. Puh. Geht es jetzt weiter in dem Wald? Mui in the Blind Cave. Schon irgendwie. Es gibt zwar nicht viel Musik in dem Spiel, aber wenn sie kommen, dann ist sie berührend. Das war der falsche Moment zum Tee trinken, aber es ist ja nichts passiert. Hier nochmal so einen Gefängniskasten. Aber wir haben ja schon gelernt, die können wir auch zu unserem Vorteil nutzen. Und da hinten ist wieder Solar. Wir hätten das wirklich ein bisschen größer machen können. Was denkst du über das neue Moon Studio Game? Ja, ist leider nicht so mein Ding. Warte mal, ich glaube, das muss in die Mitte. So. Also, es sieht schon nicht schlecht aus, aber ich glaube, das ist eher nicht so mein Ding. Sehr ruhiges Spiel. Ja, die meiste Zeit. Aber es kann sich auch noch ändern. Also, nicht selten eskalieren solche Spiele am Ende auch ein bisschen. Denkt mal zum Beispiel an Inside, was da abgegangen ist beim Finale. Äh, holy shit. Wieder irgendwelche Bauten, aber keine Menschen. Belastend. Bin mal gespannt, was wir noch so über die Vergangenheit erfahren. Das hier sieht sus aus, by the way. Wieso ist hier so viel Schwarz? Ist da nicht sogar ein Felsvorsprung? Moment. Bin nicht sicher, aber es sieht schon sehr sus aus. Chat? Ist da was oder nicht? Schwung holen, aber echt nicht so einfach in dem Spiel. Okay, ich kann da grabben. Der war auch stark versteckt. Hey, das ist ein Teil von dieser Geschichte, die wir gerade in der Höhle gesehen haben. Okay. Bin echt sehr gespannt auf das große Ganze. Also, am meisten fuckt mich Schwung holen in dem Spiel ab. Aber wie süß hat Mui gerade um uns getrauert, bitte. Er hat richtig NEIN gesagt. Es gehört. Er ist aber wirklich so beschissen das mit dem Schwung holen. Ist das jetzt wenigstens gespeichert? Ja, okay. Okay. Nein! Der arme Süße. Okay. Ähm... Was ist das? Wofür brauche ich das? Ja, wenn du es von hier aus nicht schaffst, dann komm doch anders drauf. Oder ist das... Hä? Moment. Ich verstehe nicht wofür das ist. Warum geht der nicht rauf? Warum geht der nicht rauf? War das vielleicht ein Bug? Kommt der jetzt hierher? Nee, oder? For real? Auf ernst jetzt? Gut, dann bin ich aber wenigstens nicht so dumm, wie ich manchmal aussehe. Eigentlich alles richtig gemacht, aber wenn er nicht reagiert, ja, dann kann ich halt auch nichts machen, ne? Ja. Du hast ihn eingeklemmt. Als ob! Komm her jetzt. Was? Ops. Er war unter der Plattform eingeklemmt. Was? Da ist doch genug Platz. Oder ist der so fett? Moment, was ist hier? Nicht? Okay. Komm her! Put, put! Ich glaub, die fliegen wieder über uns. Ach nein, Moment. Ah, jetzt weiß ich, was das ist. Wir haben doch vorhin, als wir diese große Basis gesehen haben, auch gesehen und gehört, wie das so eine Art Zeichen gesendet hat. Oh je. Das ist genau das, was gerade ertönte. Ja, das dann nämlich. Das scheint denen Befehle zu geben. Oh mein Gott. Wie soll ich da durchkommen? Ich glaube, ich werde ein paar Mal sterben jetzt. Aber so billig habe ich es jetzt auch nicht erwartet. Ja, aber ich kann doch nicht oben lang, oder? Hey, ich habe mich doch versteckt! Hallo, was ist das für ein Start? Pfff. Die Wächter sind schneller, als man denkt. Ja. Gut. Dann machen wir es jetzt halt ultra langsam. Wenn alles andere nicht funktionieren will. Ja, aber kann der nicht schneller klettern? So, jetzt nochmal irgendwie zum Rui locken. Hoffen, dass er runterspringt. Und tschüss. Komm, Mui! Komm! Komm! Hä? Vergessen wir das einfach. Oh Gott, was war das denn? Verlieren wir keine Worte mehr darüber, bitte. Reden wir stattdessen über die weiteren ehrenhaften Leute hier. Denn... Sina hat fünf Mitgliedschaften an die Community gegiftet. Waschel auch. Und Thomas... Hat nochmal ein Zehner rausgeknallt. Das alles... Während das Gameplay schlecht war. Da muss ich euch sagen, dass... Das ist big. Weil normalerweise gehen die Leute in solchen Momenten und denken sich so... Ah. Das ist ein Idiot. Ich schau was anderes. Ciao. Aber ihr lasst sogar in so einem Frustmoment, wo ich mir natürlich selber auch dumm vorkomme, und das ist wahrscheinlich auch wahr. 20 Geschenksabster. Vielen, vielen Dank. So. Jetzt aber auch wieder Steigerungen bitte. Nein, nein. Nicht in die Höhle. Nein. Nicht in die Höhle. Bitte. Nein. Oh, wobei? Es ist diesmal eine bewachsene Höhle. Ich glaube, hier wird es auch wieder ein Schreien geben, oder? Die Stelle ist aber auch tricky. Da habe ich auch ein paar Versuche gebraucht. Ja, aber ich bin jetzt schon echt zu oft gestorben. Das war schon auch gar nicht gut von mir. Zu ehrlich muss man sagen. Ich bleibe zwar dabei, das Rätsel ist etwas zu sehr um die Ecke gedacht, aber war jetzt auch sehr schlecht von mir. Das ist eine Art Sumpf hier. Erstmal was trinken. Aber warte, er schaut sein Spiegelbild an. Oh, er hat Angst vor Wasser. Nein, mach nicht den Yoshi. Oh. Ich glaube, das wird jetzt auch wieder richtig rein triggern. Ja, aber er muss doch übers Wasser gehen, oder gibt es irgendwie eine Möglichkeit, ihn rüber zu transportieren? Eine Art Kiste, wie ein Last of Us oder ein Baumstumpf. Oder wenn, dann ein Baum stamm. Das war's. Wir trennen uns von ihm. Ende. Es läuft nichts besseres. Deswegen bist du noch hier, oder? Verpeiler. Du Arsch. Ja, da ist tatsächlich... Ja, ein Baumstumpf. Katzen und Wasser. Oh ja, true, stimmt. Katzen sind ja generell wasserscheu. Und er ist, ja, schon an eine Katze angelehnt. Oh, ist das süß. Yeah. Schon bald 60 Monate. Tom ist Ehrenmann. Dankeschön. Und waschel nochmal mit 5 verschenkten Mitgliedschaften an die Ehren-Community hier. Vielen Dank. Ja, kommt den Sprung schaffst du aber. Ja, super. Ich hoffe, ich habe niemanden übersehen. Weil bei PC-Games muss ich immer noch nebenbei das Handy aufmachen. Doch, Lazendo habe ich übersehen. 48 Monate. Vielen, vielen Dank dafür. Ah, Moment. Du musst mir die Lianen runterholen. Oh, die Musik ist gerade auch wieder sehr gut. Ich frage mich, ob die Augen andere Muis sind oder ob das komplett andere Wesen sind. Muis ist gleich Yoshi. Ja. Ey, Mario Sunshine mit Yoshi unterwegs sein ist auch so pain. Moment, kann ich vom Wasser aus Befehle geben? Nein? Aber der kann da nicht rüberspringen. Achso, warte. Vielleicht hat er sich den Befehl gemerkt. Nee, so schlau ist er doch nicht. Hä, wie geht das denn dann? Bin schon wieder stuck. Fuck. Mit der F? Achso. Er hat noch den Sitzen... Befehl. Deswegen... Ja, guuuuut. Alright. Moonlight Soul. Schön dich zu sehen und vielen Dank für 46 Monate. Schönen Abend dir auch. Musik ist mega schön. Ja. Das, was wir gerade gehört haben, war bisher das Beste. Fall nicht ins Wasser, Mui. Was höre ich da? Was ist das? Kann ich das kontrollieren? Nein. What the... Ah, ich kann es doch kontrollieren. Das kann Wasser absor... Oh, das kann aber bestimmt auch... Wasser auffüllen. Moment, ist da unten was versteckt? Stopp, du verpasst einen Schrein. No way. No way, Bro. No way. Wo? Also du hast zwar gesagt, dass der schwer versteckt ist, aber das kann doch jetzt nicht in der der End sein. Muss er dann quasi... Nee. Neeee. D-ger. Well played. Aber wie sie uns jetzt auch mit Absicht keine neuen Informationen geben, ne? Exakt das Bild haben wir ja vorhin in der mystischen Höhle schon gesehen. Das unten links ist das Interessante, weil das betrifft ja unseren alten Planeten offenbar. Kerem, vielen Dank für fünf Münzlis. Schöne... Liebe Grüße auch an dich. So, dann ist aber zumindest klar, dass da bei dem Wasserrätsel nix ist, weil ich wollte eigentlich gerade in dem Moment fragen, wo ich das gelesen habe, dass ich was verpasst habe, ob da nicht vielleicht ein Schrein sein könnte. Also, dass man erstmal das ganze Wasser ablassen muss. Aber... Nö. Besser so. Okay, dann machen wir das jetzt nochmal genauso. Du setzt dich hier hin. Achso, ne, 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 hier bei dem Viech. Genau, Bre. Damit du ihn kontrollieren kannst. Mehr Wasser. Danke. Jetzt kommen wir rüber. Wir brauchen aber wahrscheinlich wieder einen, äh... Baumstamm. Oder so. Verpeiler, danke fürs Verschenken von einer Mitgliedschaft. Ah, ein Paradox. Okay, wir müssen doch erst das Wasser ablassen. Aber nicht wegen einem Secret, sondern damit Mui durch kann. Okay. 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 Yeah. I see. I see. Well... War aber trotzdem nicht falsch, weil wir müssen auf jeden Fall oben stehen. Sonst... kommen wir nicht durch. Ja. Okay. Danke für die tolle Unterhaltung. Danke fürs Reinschauen, Jessica. Und für 38 Monate Ehre. Das ist eine Schildkröte. Nee. Ich glaube, das war irgendwas anderes ekliges. Das hat mich eigentlich an Raubschleim aus Zelda erinnert. Komm, Mui. 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 Das Gameplay ist jetzt nicht ultra-revolutionär, aber so ein paar Sachen, die ich sonst noch nirgends gesehen habe, hat es schon. Also, ja, definitiv spielenswert. Man muss vielleicht in jedem Kapitel solche Splitter sammeln, sonst könnte das erklären, warum sie so schnell kommen. Naja, aber wir sind ja jetzt hier im Sumpf und da waren zwei. Also, ich hatte die Theorie auch am Anfang, aber irgendwie scheint das doch nicht daran gekoppelt zu sein. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt hier gerade ein anderes Kapitel betreten haben. Ähm, boah. Das ist weird. Ich glaube, wir müssen erstmal... Ja, wobei, wie geht das denn? Hä? Warte mal. Du bleibst hier. Ich schaue mich mal um. Aber wir müssen safe irgendwie nach oben, um dann den Weg, ähm, nach unten für Mui freizumachen. Müsstest du das Game durchspielen, ja. Also, den Schreinen nach zu urteilen, haben wir jetzt ja auch schon mehr als die Hälfte. Weiß aber nicht, ob das wirklich... ...gleichmäßig verteilt wurde über die Spieldauer. ...werden wir dann schon sehen. Wie viele Kapitel gibt's? Hm, 10 oder 11. Glaube ich. Bin ich sicher. Weiß aber sowieso nicht, in welchem wir gerade sind. Das wird ja leider nicht angezeigt. Mag sowas eigentlich. Wenn man das immer sieht. Und wenn dann jedes Kapitel auch nochmal einen Titel hat. Also, wahrscheinlich ist das auch so, aber siehst du es halt nur vom Hauptmenü aus. Auch der Traum kam nicht nochmal vor. Oh, stimmt. Stimmt. Hä, warum? Hä? Ich will mich da nicht festhalten. Halt. Okay. Aber warum gab's den Traum dann? Ich dachte, das würde eine größere Rolle spielen. Dann finde ich das ja fast schon unnötig. Aber, ja, warten wir mal ab. Bevor wir jetzt schon judgen. Einmal Wasser abpumpen, bitte. Was für ein seltsames Wesen. Moment. Mui kann doch immer noch nicht durch. Oder gibt's für ihn wieder einen anderen Weg, den ich jetzt nicht checke? Schöne Atmosphäre in dem Spiel. Auf jeden Fall. Ah, deswegen. Wir brauchen wieder etwas mehr Wasser. Geht nicht? Ach doch, 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 doch. Aha. Oh, das ist jetzt aber auch schon ein bisschen kompliziert, Digga. Ich weiß nicht, was wollen die denn von mir? Oh, okay, okay. That's what I need it. Prinzillo, danke schön für eine Münze. Ich finde, das Spiel hat eine entspannte Mischung aus ruhigem Spiel und Mystery. Ja. So. Und jetzt können wir gemeinsam raufkommen. Das ist Limbo mit Licht. Ja. Im Prinzip schon. Komm her. Komm. Bro. Warum kommt der nicht? Gedrückt halten war doch rufen. Als ob ich daneben stehen muss. Hey, aber musste ich doch bisher auch nicht. Das ist komisch. Egal. Aber warte mal, wie kommt der denn überhaupt rauf? Ich glaube... Ich glaube, es war falsch. Nicht nachgedacht. Ich wollte da rechts rauf, was unnötig ist. Wir müssen hier rauf. Mit maximalem Wasser, logischerweise. Nicht nachgedacht. Es ergibt gar keinen Sinn, was ich vorhatte. Komm her. Also war er eigentlich schlauer wieder, dass er nicht gekommen ist. Er hat es gecheckt. Er hat sich zu gefragt, hey, was willst du von mir? Bist du blöd? Und er hat vollkommen recht damit. So geht's. Mann. Komplett los. Okay. Stopp. Und jetzt. Hör mal. Genau. Ja, er war wieder klüger als ich. Und der Chat natürlich auch. Standard. Den Jump musst du erschaffen. Gut. Mach auf. Was nun? Kommen wir wieder raus? Ich muss sagen, ich habe ein bisschen zu viel vom Sumpf jetzt gesehen. Ich würde gern wieder mehr Licht tanken. Mehr Vitamin D. Auch wenn die Mangrovenwälder cool sind. Oh, warte. Was ist das? Das ist ein altes Raumschiff, was hier abgestürzt ist? Das sieht zass aus. Neue Avatar-Serie auf Netflix gucke ich gerade. Ich finde sie ist ein bisschen overhated. Also ich finde sie besser als die meisten anderen irgendwie. Aber ich bin noch nicht durch. Also jetzt haben wir definitiv ein neues Kapitel erreicht, glaube ich. Ist das auch wieder ein Tempel? Moment mal. Das hat so den Vibe, oder? Ja, doch, 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 doch. Ich glaube, wir werden gleich wieder irgendwas erfahren. Aha, aha. Oh, wait. Kriegen wir eine neue Fähigkeit wieder? Oder muss das da eingesetzt werden und dann passiert was? Tatsächlich. Was ist das? Ist das der Bauplan von dem Ding, wo wir gerade drin sind? Aber selbst wenn, was ist das? Avatar-Serie ist besser wie der Film. Ja, aber der Film ist auch so unfassbar schlecht. Den zu übertreffen war jetzt nicht die Kunst. Weil der war ja wirklich bodenlos. Das muss eine Art Raumschiff sein hier. Ich hoffe, dass da unten links nichts ist, weil ich trau mich da nicht hin. Ein Raumschiff wäre ja, ich denke auch. Elektrizität ist back. Da ist eine Leiche. Guck mal hier. Das ist ein Skelett. Was? Ganz nah durch. King. Nice Technologie. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass die Technologie vielleicht ein bisschen zu mächtig war. Und dann ist was schief gegangen. Vielleicht ist das ja auch so eine KI-Story. Die Roboter, die haben sich irgendwann gedacht, yo, warum sollen wir den Menschen eigentlich gehorchen? Lass sie mal alle auslöschen. Hey, dieses Zeichen da. Das ist doch das von dem Bauplan. Ist das hier ein Einkaufszentrum? Haben die Menschen in solchen Raumschiffen gelebt? Vielleicht waren das so Weltraumbasen. Das ist ja sogar ein Kinderspielplatz hier. Also ja, die haben ein Selfie gelebt. What? Das ist das Skelett von Elon Musk. Sollen wir da wirklich noch tiefer reingehen? Oh, by the way, das ist sogar das Zeichen von dem Autosave. Also das muss schon was sehr, sehr wichtiges sein. Wie kommt denn jetzt die Spille hier rein, Bill? Ich dachte, die werden wir los. Oh, kann ich sie brutzeln? Das wäre natürlich super. Ah, ich habe auch schon eine Idee. Bleib hier. Ich spiele den Lockvogel. Boah, der war aber anders knapp. Mui, mach es nicht so spannend. Bruder, was tust du? Hast du Detroit gespielt? Ja, und geliebt. Kannst du dir gerne angucken. War ein sehr schönes LP. Ja, und nun? Ach, da ist eine Liane. Okay. Also die Spinne sind mir jetzt unerwartet schnell wieder los geworden. Aber besser ist es. Aperture Science. Es ist so dunkel hier. Deswegen wird es jetzt hell. Warte mal, was? Soll es das Weltall sein? Aha. Okay. Es ist ein Raumschiff. Und in dem Raumschiff die Menschen von dem einen Planeten zum anderen. Sieht eigentlich schon aus wie die Erde links. Aber muss nicht sein. Und der rechte Planeten, ist das der, wo wir jetzt gerade sind? Ja, sehr mystery. Warum funktioniert das alles noch? Also das Ding scheint ja noch Strom zu haben. Das ist irgendwie komisch, oder? Von der Erde zum Planet. Ja, ich glaube auch. Moment. Moment. Hä? Ist hier wieder ein Schrein? Ne, ich denke so ist richtig. Raumschiffe gebaut und dennoch leben die am Anfang in Holzhütten? Ja, das ist ja jetzt ein Blick in die Vergangenheit. Also ich weiß ja nicht. Irgendwas muss ja passiert sein. Wahrscheinlich ist diese Kolonie dann gestorben. Und die ganzen anderen. Ja, ich weiß es nicht. Es ist seltsam. Ja, das stimmt. Kannst du nicht sagen. Der nächste Schrein dauert noch. Okay. Moment, jetzt ist er aber nicht so platziert, dass er den Schalter drücken kann, ne? Welche Sprache spricht der Junge? Eine erfundene. Keine echte. Hä, oder kann er den nicht drücken? Digga, jetzt komm halt mal her. Doch, kann er schon. Das ist manchmal so ein bisschen nervig an dem Game. Ah, wir können das Wasser unter Strom setzen, aber wie ist das so helle, sollten wir das wollen? Ah, das muss da rübergeleitet werden. Und dann, glaube ich, entsteht eine neue Brücke. Ja, 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 ja. Man kann den Knopf nur drücken, wenn der Strom an ist. Das ist er jetzt. Und zack. Aber bleibt es dann auch so? Yes. Ori and the Will of the Wisp ist mein Lieblingsspiel. Das Ende war so traurig, dass ich eine Stunde durchgeheult habe. Ja, nicht nur du. Das war wirklich ein brutal nices Game. Menschen haben sich bestimmt zurückentwickelt. Ja, irgendwie auf jeden Fall. Wir müssen mal rausfinden, wie das passiert ist. Bei der Zeichnung mit dem Musikrätsel sieht man ja, wie sie von Astronauten zu Jäger und so wurden. Ja, auf der Blaupause eigentlich auch, ne? Alles hat sich irgendwie zurückentwickelt. Keine Ahnung, warum. Es wird immer mysteriöser. Yes. Ist aber auch gut so. Dadurch bleibt es spannend. Oh, was ist das? Ist der Kindergarten? What the hell? Hier unten links haben wir ja gesehen. Katze, Mensch, Roboter. Die Roboter haben sich um die Kinder gekümmert. Also das waren quasi die Kindergärtner offenbar. Aber warum zum Teufel sind die hier verreckt? Bro, what the hell? Also jetzt wird es langsam, aber auch ein bisschen ernst, du. Ein Kinderskelett oder ein Babyskelett siehst du nicht in jedem Spiel. Hä? Was sind das hier für Leute? Sind das die Founder? Die Bosse? Aha, es gibt auch einen Roboter-Boss. Nicht nur Menschen. Ja, die müssen sich irgendwie gestritten haben oder so. O-O-Hu-Au. Oh. Die Robos sind wieder am Start Und sie sehen uns sogar als Anführer an Also jedenfalls Verneigen die sich so Ich glaube wir sind wieder irgendwie stärker geworden Da rechts geht es zu Fluchtraumschiffen oder so Wenn man einen neuen Planeten besiedelt Muss man Technologie mitbringen Mit der man Grundlagen schaffen kann zum Reparieren Etwc sonst irgendwann Mittelalter Ich frage mich ob das die gleichen Roboter sind Die alle entführt haben Irgendwie ja nicht oder? Vielleicht sind das so Deserteure Oh ist das alles bujert Da steht gar nichts Ähm What? Wir haben gerade das gleiche Signal gesendet wie aus der Basis Also was die Roboter immer senden Und jetzt kann ich auch einfach dieses Ding steuern Warum? Ach damit ich die rüber transportieren kann Wahrscheinlich Aber Moment Müssen wir nicht an dem Automaten stehen bleiben? Ja schon oder? Aber da unten ist noch was Hä? Oh Moment Kann, 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 kann Kann Nui das Ding steuern? Geht das? Dann kann ich nämlich weiter Ne kann ja nicht Das kann nur ich Wegen dem Stein Den wir erhalten haben Ja, das heißt wiederum Wir müssen Movie transportieren Da oben ist ja auch so ein Seil Was er zerbeißen muss Warte, kann ich ihm sagen Dass er da drauf gehen soll? Gut Okay Wild Wir müssen aber trotzdem erstmal den Strom ausschalten Da unten Ja, aber ich kann Ich kann ihn doch jetzt nicht steuern Also wie, 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 wie Sag ich ihm das denn? Moment Moment, ich hab noch eine Idee Die war ein bisschen weird ist So Jetzt hab ich genug Zeit Um mich der ganzen Sache anzunähern Weil ich glaube Wir müssen schon erstmal als Mensch Da den Schalter drücken Oder? Ah doch, ja Fahrstuhl ganz hochfahren Damit genug Zeit Das zum drauf springen Genau das hatte ich vor Also ist das richtig? Ist aber auch schon wieder sehr kompliziert, oder? Oh ja Funktioniert Jetzt ist der Strom weg Und jetzt kann Mui das Ding zerbeißen Aber wie komme ich da durch? So Ja, boah Nicht so leicht drauf zu kommen Achso, nein Jetzt Funktioniert das nicht mehr Ja, okay Aber wir haben jetzt die Abkürzung Wir haben jetzt die Abkürzung Wir können es also dann später Ausschalten Ich glaube Ja Wir müssen glaube ich Nochmal genau das gleiche machen Nur diesmal muss der Aufzug halt Über dem Seil platziert werden Ja, das ist schon ein bisschen kompliziert, oder? Aber gut Bring mal hin Ja, oder? Kriegen wir es hin? Ich hoffe So viel Zeit hat man da doch nicht Vor allem ich sehe ja Mui nicht, oder? Ah doch Jetzt ist es aus Und jetzt darfst du beißen Okay Crazy Bisschen aber dennoch Ein weiteres Mal Den Aufzug benutzen Sonst kommen wir nicht rüber Yo, jetzt werden die Rätsel aber richtig kompliziert, Alter Das ist ein Horror Game Nee, eigentlich nicht Eigentlich nicht So, bitte sag mir, dass das passt so Aber jetzt sterben Das würde anders wehtun Reicht das Shit, oder nicht? Was meint ihr? Ein bisschen weiter links wäre besser, auf jeden Fall Ah, komm Und du auch Mui Komm Ja, gut Heftig Und damit sind wir wieder raus aus dem Raumschiff Kompliziert würde ich nicht sagen Aber etwas umständlich Ja, gut Sobald man den ersten Schritt kapiert hat Kommt man auf die anderen relativ schnell Aber der erste ist das komplizierte Finde ich Warum leuchten diese Bäume? Ah Nee Was? Ich kann die Drohne steuern? Oder Ja, doch Jetzt sind wir einfach der ultimative Macher, oder nicht? Wer soll denn jetzt bitte aufhalten? Wahrscheinlich kriegen wir dann nochmal so einen Stein, damit wir die Wächter kontrollieren können Und dann noch beim dritten Mal die Großen Wir kriegen immer mehr Macht aus den Raumschiffen Das ist krass Hallo? Menschen? Hallo? Niemand da Aber ein Floß Hat jemand einen Krogfächer? Er traut sich nicht Komm, das ist sicher Glaub mir Na komm schon Er glaubt mir einfach nicht Ich muss schon Vertrauen haben Zu süß Ja, aber er hat schon recht Wenn irgendwas schief geht, ne Gibt's kein sicheres Ufer mehr Cool, dass man die Drohne steuern kann Ja, hat mich auch voll überrascht gerade Aber ich bin mir ziemlich sicher Wir kriegen immer mehr Macht Und dann können wir auch die Größeren steuern Vielleicht sie dann so gegeneinander ausspielen Und die Gefahr abwenden Und vor allem unsere Freunde befreien Oh, das sieht wieder richtig nice aus Jetzt verstehe ich Mui Der muss nur einmal Harps machen Und das war's Ich muss die Katze auch mal wieder streicheln Oh ja, stimmt Wie ging das nochmal? So ging's Hast aber Rest, ja Oh, schön Jetzt geht's auf einer Insel weiter Hype Oh Ein Riesenskelett So wie in BOTV und DOTK Was bitte ist das für ein Vieh? Das Game ist schon nice Wie er sich einfach immer noch nicht ins Wasser traut Wieder schreien verpasst? Ja toll Jetzt komm ich aber nicht mehr zurück Oder kann man zurückfahren? Nein Och komm, was? Wo du gestrandet bist? Ach, warte Jetzt aber Nein, jetzt aber nicht hier, oder? Ich habe keine Schwimmansage Ich glaube, der Designer arbeitet jetzt bei Nintendo Was ist das denn? Das ist ja völlig unfindbar Warte, welches Bild haben wir bekommen? Ah, das oben links Also Das ist das zweite Der, der mit dem Finger so zeigt Ich verstehe immer noch nichts Obwohl uns nur noch zwei fehlen Was ist das bitte für ein geistesgestörtes Secret? Wow Wie soll man das bitte schön blind finden? Das geht nicht Das geht nicht Also manche Schreine sind wirklich einfach Andere sind brutal schwer versteckt Wie ist das denn jetzt mit den letzten beiden? Sind die wieder einfacher oder Crazy? Der Nordstern? Ich glaube es ist irgendwas komplizierteres Aber wir werden sehen, wir werden sehen Und schon wieder Als ob wir dieses Viech nochmal wieder sehen werden Warte Ich kann Habt ihr es gesehen? Ich kann den kontrollieren Ja, moin Ja, setz dich mal schön auf den Schalter Genau Ey, es wird immer krasser Am Ende werden wir böse sein Weil wir so viel Macht haben Dass wir sie nicht mehr kontrollieren können Und unseren Verstand verlieren Nein, ich hoffe nicht Das wäre Gottlos Komm mal her, Mui Der nächste Schrein ist auch wieder fies versteckt RIP Ja, aber auch klar, ne Weil jetzt kommen so die entscheidenden Hinweise Denke ich Oh no Warte, wie ist es mit hier unten? Wenn da was ist, dann sagt es Bescheid, ja Auf Verdacht springe ich jetzt mal nicht runter Kommt dann wieder zum Sith Lord Vielleicht Oh gosh Noch sind sie gefährlich, aber sobald wir den Schalter erreichen, nicht mehr Obwohl, vielleicht gibt es diesmal gar keinen Warte mal Lauf, 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 lauf Schneller Gut Auch die Stelle ist hier noch ein bisschen sass Was war das für eine Aktion? Ich glaube, die mögen die Dinger nicht Und killen die Ich denke, da kommen noch mehr Und wir müssen eine Drohne übernehmen Um die Gefahr zu bannen Ja, hier zum Beispiel Das Ding müssen wir killen Mit der Drohne Okay, cool Oben links Was denn? Schreien? Bitte nicht Also da oben ist was Ich habe es gesehen, aber Habe ich Habe ich Habe ich irgendwie Einen fetten Fehler gemacht Oder muss ich mich mit der Liane Jetzt auf die andere Seite schleudern Achtung Der nächste Schrein ist in der Nähe Aber hier war ja nichts Ne, dann glaube ich Muss ich mich tatsächlich mit der Liane Da auf die andere Seite schleudern Aber sicher bin ich mir nicht Das dürfte aber klappen Okay Nice roll Und da haben wir den Computer Mach schon Achso Ah Okay Alles klar Alles klar Alles klar Erstmal die Gefahrbahnen hier unten Boom Und dann habe ich da oben Genau Da habe ich den Schalter gesehen Aber gucken wir erstmal weiter Ach hier ist der Schrein Und hier ist Hier sind noch mehr von den Dingern Weg mit euch Yeah Jetzt sollte der Weg sicher sein Aber wie komme ich jetzt da rauf Achso Wahrscheinlich entsteht hier links Ja, 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 ja Okay Eigentlich ganz entspannt Bald kommt Paper Mario Legenden vom Ionen-Tor raus Naja, wir haben noch kein Release-Date Ich glaube aber sogar, dass neuer Content revealed wird Die Luigi-Story zum Beispiel Das wäre schon big So, jetzt Der neunte Von zehn Wir finden sie alle Aha Also alle friedlich Hand in Hand Sind sie das Raumschiff gegangen Oder was immer Aber ich check's trotzdem nicht Mal gucken, was dann am Ende rauskommt Das in der Mitte ist ja auch das geheimnisvollste Mit dem Baby und so Aus was für einer Materie bestehen diese Wesen Keinen Plan Deswegen können wir ja eigentlich auch nicht auf der Erde sein, oder? Aber echt schöne Insel Jetzt wird's wieder big Warum kann man hier unten lang? Keinen Plan Wir müssen nochmal von der anderen Seite Wohl Den Weg beimachen Denk mal für Mui Der wird dann da irgendwie runterklettern, oder so Planiert sie sogar wie die Erde aus Ja, das macht mich halt auch so stutzig Ja, aber wo kommen die ganzen Viecher denn dann her? Hä, aber wie schafft es Mui denn dann da drauf? Oh, da fällt das Tor auseinander und ich kann das verschieben Das ist ein Baumstumpf Achso, okay Es fällt jetzt auseinander und dann können wir den Baumstumpf verschieben Okay, okay, okay Magst du Lamas? Ich hab nichts gegen die, außer sie spucken Äh, ich weiß nicht, ob er schlau genug ist Ich glaube, ich gehe einfach mal mit dem Baumstumpf zu ihm hin So Komm her Ich hab ein bisschen, ein bisschen zu früh geschoben War nicht so gemein, sorry Das sieht ja mega aus Kommt das auch auf Switch raus? Ist schon Steht auch immer alles in der Videobeschreibung, Guys Warte mal Ich denke, wir brauchen das Ding gleich nochmal Ich hab auch die Befürchtung, dass wir mit der kompletten Karte nicht viel schlauer sein werden Also einiges bleibt echt ungeklärt Hey, Bro, geh da Was ist denn? Geh rauf Warte mal, was ist das? Ist das Rauch? Da oben rechts? Feuer? Menschen? Oder wurde wieder was zerbombt? Was ist denn die Lieblingsgen von Pokémon? Ja, die vierte, denke ich Zwei und vier Ja, hier brennt was Okay Seile Wenn wir nur ein bisschen schneller gewesen Hätten wir sie warnen können Oh Ja Nein, Mui, du Trottel Ach, Digga Was machst du? Die Drohne kam jetzt aber auch anders plötzlich Oh, oh Boah, wie soll ich da hochkommen? Ich denke mal, er muss wieder kontrolliert werden Achso, damit er sich wahrscheinlich da auf den Schalter stellt I guess Das würde mir ja nichts bringen Also wenn dann irgendeiner davor Ja, der hier Eventuell Nee, doch nicht Der andere Und Mui stellt sich dann auf den rechten Mach nicht diesen Knappes Ding Yes, schnell Schnell Wobei, nee Nicht schnell Wir sind im Gras ja sicher Das habe ich jetzt eigentlich nicht gewollt, aber Ja, das ist dann wohl Schicksal I guess Sorry Du musst dich für das große Ganze opfern Liebes Wasenschwein Musst du jetzt sein Glaub mir Ich werde dich rächen Versuch's zumindest Die arme Sau Tut mir jetzt aber schon leid Also bin ich ehrlich Das habe ich jetzt echt nicht gewollt Aber ich konnte es nicht verhindern Ich glaube, es muss nur noch die Drohne da drauf Aber ich schaue trotzdem, ob noch irgendwie so ein Monster da ist Nee, sieht eigentlich nicht da noch aus Hä, dann was ist mit dem anderen Schalter? Äh, ich glaube, da muss Mui hin Ja, ich kann ihm das aber von hier nicht sagen Hm Oh, oder maybe kann man die runterschmeißen, die Drohne? Nee, kann man nicht Wenn ich mal ihm kurz sage, dass er da drauf kommen soll Vielleicht kann ich ihn von hier aus da runterschmeißen? Nee Bro hat sich geopfert Ja, musste er Warte mal Wir brauchen diese Position, die die Drohne jetzt einnimmt Ja, nicht mehr, oder? Ja, wobei doch Ich glaube, da muss ich erstmal Mui da hinsetzen, oder? Oh, ist das unnötig schwer wieder Oh, ich glaube, ich habe eine Idee Das Schwein nach ganz rechts Ach, der kann Der kann doch verschoben werden Aber warte mal Ich glaube, dass es mit meiner, ähm Mit meiner Lösung auch gehen müsste Ich will es mal ausprobieren Er bleibt jetzt hier Aktiviert das Und jetzt steuere ich die Drohne Und setze die wiederum auf den Schalter unten Also ich glaube, dass es hier dann tatsächlich zwei Lösungen gibt, ja Ja, 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 ja Aber wahrscheinlich ist gedacht Das war es, ein Schwein zu verschieben Stimmt Aber hey Es passt ja Oder? Nicht, dass Mui dann nicht rüberkommt Aber komm Der hat schon so viele kranke Jumps geschafft Wenn er das jetzt nicht schafft, dann ist es Scam Achso, Blödsinn Ja, ja, alles gut Die untere, die untere, ähm Ist ja für die Treppe da gut Nee, 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 nee Also ja, es gibt zwei Lösungen Alles klar Müssen die Sprünge immer so unfassbar knapp sein? Ja, man kann ja nicht mal rennen Es geht erneut in eine Höhle Vielleicht damit auch in einen weiteren Tempel So, und jetzt kommt irgendwie alles zusammen Ohne Wasser steuern Das Spiel ist Ori gemischt mit Inside, ja Ich denke, wir müssen wieder einen Baumschlumpf holen Der Tod kam unerwartet Ja, ja Weiß Oh, da sind zwei drinnen Es schwimmt so arsch langsam Trau ich mich gar nicht mehr Aber ich muss, komm Nein, 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 nein Nein, 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 nein Das geht mir echt auf den Piss Niemand schwimmt doch so, als wenn er gerade beim Schnorchen ist Wenn Todesdrohnen hinter einem her sind Und ich meine Das Kind ist in einem Fischerdorf aufgewachsen Also wenn der nicht Mit 100 kmh schwimmen kann, wer dann? Oder sie, es ist ja eine sie, ne? Gottverdammt Hier, als fehlt nur noch die Schnorchelbrille so Lalalalalalalala, macht Spaß Ja, und was jetzt mit Mui? Ich warte lieber Kein Bock ist nochmal zu versauen Das Wasser ist zwar schön klar Und lädt zum Schnorcheln ein Aber das ist der falsche Zeitpunkt Okay, da ist auch der Baumstumpf Ich glaube ich muss ihn nach rechts ziehen Ja, weil links gibt es keine Gelegenheit Okay, 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 okay Äh, warten wir lieber nochmal kurz Sicher ist sicher, genau Wie Garnus schon sagt Trotzdem war es knapp Und dann nochmal zusammen mit Mui Boah, wenn es da keinen Checkpoint gibt, ne? Ey, warte, was? Ich kann nicht zum Mui? So, weil ich Das Wasser wieder senken muss Ähm, ah, ja, hier Umständlich Gut Ah, es wurde aber zwischengespeichert Ehre Also was das angeht Die Entwickler ist sehr, sehr nett Komm Komm Oh nein Oh nein Oh nein Hilfe Hilfe Die Entwickler sind großzügig Ja, das kenne ich auch anders Mit den Checkpoints Aber lieber so Das reduziert Frust Sprech Komm hierher Yes Yes 54 Monate Peak Nick Du bist Peak Danke dir Irgendwie wird's immer nebliger Und wüsterer Was ist das? Was? Die scheinen aber keine Augen zu haben Aber hey, wenn die hier rumlaufen, dann sind wir vielleicht schon ganz nah an der Basis. Die sah jetzt aber schon echt gewaltig aus, habe ich ein bisschen Angst gekriegt. Ich meine, es ist gerade Nacht, vielleicht sollten wir uns lieber ausruhen. Obwohl stimmt, vielleicht haben sie uns deswegen nicht gesehen, weil es so dunkel ist. Kann ja auch ein Vorteil sein, ne? Ich habe das Gefühl, der letzte Schrein kommt gleich. Könntest du mal Ori Fangames spielen? Gibt es nicht. Also habe ich keine Kenntnis von. Warum ist es jetzt auf einmal so ruhig? Ey, was ist das eigentlich für eine Statue da hinten? Seht ihr das? Da ist eine Hand und da rechts ist ein Kopf. Was war das mal? Und das sind noch Beine, glaube ich, hier. Da war wohl mal eine riesige Menschenstatue. Geh weg. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Oder kann ich hier von Kante zu Kante springen? Äh, ne, Mui, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ich glaube, du musst hier erstmal sitzen bleiben. Stopp. Äh, und dann lässt du mich mal machen, ja? Geht das nicht schneller? Hier müsste man sicher sein. Da ist jetzt die Ruhe vor dem Sturm. Ja, es müsste schon langsam Richtung Finale gehen, aber andererseits, ich weiß ja aus dem Trailer, dass es noch eine Wüste gibt. Das macht mich gerade etwas stutzig. Wir sind jetzt aber auch schon drei Stunden im Game und durchschnittliche Spielzeit ist ja dreieinhalb. Ja gut, aber ich bin ja dümmer als der Durchschnitt, also sind es bei mir wahrscheinlich viereinhalb Stunden. Also, er muss ja hier was zerbeißen. Kann er auch mit der Drohne reisen, oder? Wie geht das? Ich sehe jetzt keine andere Möglichkeit, ihn da hochzubringen, anders als mit der Drohne. Ah ja, okay. Das funktioniert! Schön. Vielleicht ist das nur ein kleiner Teil in der Wüste. Boah, das wäre schade, weil die sah echt geil aus. Let's gooo! Ja, aber hier hätte jetzt keine Angst runterzufallen. Hätte ich ja schon. Hä? Boah, das sah krass aus, als wenn das Ding wieder lebendig wird. Aber glücklicherweise nicht. Der Durchschnitt macht halt nicht alle Schreine. Ja, das stimmt zwar, aber die waren ja jetzt auch nicht krass abgelegen. Also, das holt vielleicht 5 Minuten oder so raus, ne? Ja, jetzt gucken wir mal. Wir machen uns keinen Druck. Wenn wir länger brauchen, dann brauchen wir halt länger. Oh ne, Spinnenweben. Skelette! Das sind keine guten Vorzeichen. Kokos. Oder Fallen. Beute von Spinnen, meine ich. Da soll ich rüber? Wie? Also, das wäre übrigens der Punkt, an dem ich umdrehen würde persönlich. Da kriegt mich keiner rein. Boah, was ist das? Was? Was ist das? Oh mein Gott. Das ist irgendwie dieser Maulwurf, den wir vorhin gesehen haben. Nur viel viel grässlicher, monströser und scheinbar auch so eine Mischung aus dem Maulwurf und der Spinne. Wieso ist der jetzt weggegangen? Wieso ist der jetzt weggegangen? Mui auf den Felsen oben. Und dann kannst du ihn kontrollieren. Als ob. Ab. Ja, und wie soll man da raufkommen? Also, ist das Mui jetzt Gott oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, du schaffst es, komm schon. Ja, besänftige ihn. Sag ihm, was für ein hässlicher Waschlappner ist. Ja, es ist aber schon ein bisschen schwer darauf zu kommen, oder? Naja. Okay, go. Boah, das ist ja mal eine missratene Kartoffel. Oder saure Gurke. Hilfe. Wo sind wir denn jetzt? Es ist irgendwie das Niemandsland. Aber sieht auch schön aus. Mui, nicht so weit vorausgehen. Du hast doch gerade gesehen, was passieren kann. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Außerdem sind wir verdammt nah dran an dem Ding Ich glaube, das ist jetzt so der finale Abschnitt Sieht auch sehr nice aus Aber wir haben einen leichten Sandsturm Ich denke mal, aber nicht, dass hier noch irgendwelche Monster leben Wenn überhaupt, dann kommen noch weitere Drohnen Ja, Drohnen und Wächter Was genau ist hier verlangt? Oh, du bist so langsam, das ist so unnormal Ich glaube, wir können den einfach überspringen, es ist gar nichts so kompliziertes Okay Oh, da sind sie wieder Dieser Halbmond ist übrigens auch die ganze Zeit zu sehen Was auch Nicht gerade dafür spricht, dass wir auf der Erde sind, by the way Ey, aber was ist denn jetzt eigentlich mit dem letzten Schrein? Nochmal so ein Solar-Ding Also hier ist wieder der, der... Moment Kann doch jetzt nicht einfach da runterspringen, oder? Seltsam Achso Ja gut, aber es gibt ein Gewicht Mui, ist doch niemals so schwer, dass der das... Äh, unten halten Ach, warte Du setzt dich hier hin Wir senken das hier ab Dann ist das Licht weg Und jetzt kann Mui den kontrollieren Ja, genau So geht das Dann verdeckt er die Solarplatte Und der Aufzug kommt runter Alles klar Ja, nee, ich dachte halt, dass wir jetzt hier dann in die Höhle reingehen müssen, aber... Nee Äh, war auch wieder falsch Wir brauchen den Strom ja wieder, aber wie kommt denn dann Mui mit, hä? Kann er dann einfach da rauf hopsen? Well Okay, funktioniert wieder... rauf... und ich vertraue mal drauf, dass er dann einfach kommt Kommt der oder kommt er nicht? Ich hab nicht den Eindruck Bruder Ich hoffe, dass es jetzt gegen Ende nicht unnötig... äh... komplex wird Ah, warte, er muss ja gar nicht... ja gut, komm Nach drei Stunden, äh, lässt jetzt auch das Brain langsam nach, ne? Man kennt's Das hier wird vermutlich was ähnliches sein... Aber nicht so... aber ich glaube, dass ich den Sprung darauf nicht schaffe Warum hoch? Ach so, aber jetzt kann ich mich da dranhängen Aha Hm... die nächste Drohne Belastend Ich denke mal, wir müssen den anderen Aufzug so tief setzen, dass wir beide den dann nach unten benutzen können Aber er geht bestimmt erst hoch Ja Oh nein, oh nein Boah, das war knapp Er isst sie jetzt aber nicht zu tief Kann ich da runter springen oder nicht? Was glaubt ihr? Lass uns mal Oh, okay Puh Ist da... Ne Oh, ich dachte, da wäre eine Höhle mit dem letzten Schrein Leider nicht Danke für 900 Likes Kuss Hast du das heutige Fortnite Live Event geschaut? Ne, wusste ich gar nichts von Mag diese Schalter-Räsel nicht... Was passiert? Oh, okay Wir müssen die Drohne irgendwie einsperren Ich... hm Ja, ja, okay, 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 okay Da ist wieder ein Kontrollraum Oder ein Kontrollcomputer Aber wie kommen wir da ungemerkt hin? Äh... ja, das ist... Das ist die Frage, ne? Moment, vielleicht kann ich mich da unten... Ach so, ja, 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 okay, okay Ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon Vielleicht müssen wir sie... Doch, doch, doch Wir müssen sie da einsperren Aber das ist auch gleichzeitig mein Versteck Logisch eigentlich Komplett logisch Aufmachen und go Oh, komm, bitte Schneller Kletter nicht immer so wie ein alter Opa Schneller Schneller Ach Okay, hab dich Aufmachen Drohne rein Da oben links ist das Schreien Warte mal, wieso steuere ich denn jetzt den Aufzug? Nein, Moment mal, ich hab... Ich hab nen Magnet Ich hab nen Magnet Was? Nein Nein Bruh. Okay. Also wir sind auf diesen anderen Planeten eingekracht und wir haben auch die Katzen mitgebracht. Aber das sagt uns jetzt ja eigentlich auch nicht viel Neues, oder? Wir wissen halt nur, okay gut, wir sind von dem einen Planeten, wahrscheinlich nicht die Erde. Wobei doch, es ist doch die Erde. Sieht schon stark danach aus. Aber woher kommt die Katzen dann auf einmal her? Na egal. Wir sind auf den anderen Planeten rüber. Aber was zur Hölle ist das in der Mitte oben? Versteht das nicht. Sehr gut, damit hast du alle. Ja, freut mich, aber... Das Rätsel ist nicht gelöst. Das einzig Interessante ist halt, dass Menschen, Roboter und Katzen mal zusammen gelebt haben, auf dem einen und denselben Planeten und dann zu einer anderen rüber sind. Aber why? Das ist in der Mitte oben, ist die künstliche Intelligenz. Das links ist die Erde, sieht man an den Kontinenten. Genau, habe ich eben auch gesehen. Also, es muss halt krass in der Zukunft spielen, alles. Was war jetzt wieder falsch? Ich soll auf die Mauer springen? Come on. Ach, Digga. Hey. Links Erde, Mitte Raumschiff, rechts neuer Planet. Ich glaube nicht, dass wir unter 20 bleiben werden, Guys. Leider nirrt. Ich glaube, es ist so, dass die Menschen die Katzen sind oder die Roboter verwandeln die Menschen in Katzen und in Raumschiff war ein Baby und sie haben dann versucht, eine neue Zivilisation zu erstellen. What? Mal schauen, ob du recht behältst. Mundleidzoll, danke für 20 Münzen. Klingt auf jeden Fall crazy. Ich weiß es auch nicht. Aber die Roboter wurden ja auf jeden Fall von den Menschen gemacht. Halt um denen Arbeit abzunehmen und so. Deswegen haben die sich auch um die Kinder gekümmert und so. Oh mein Gott, was ist das denn jetzt hier? Wie soll ich das machen? Ja, aber ernsthaft, wieso? Wie? Wie? Hier ist kein Schalter und gar nichts. X? Achso. Kuscheln. Ich komme doch da nicht durch. Achso, doch. Das ist nicht so stark. Das bläst mich gar nicht weg. Kann sein, dass das Raumschiff eine Art Arche war. Ja, ja, daran besteht eigentlich kein Zweifel. Also wir haben ja diesen Planeten hier besiedelt. Aber ich denke mal, dass das denen, die vorher hier waren, nicht gefällt. Und das werden eben diese, oh shit, diese riesigen Raumschiff-Roboter sein. Bin ich hier safe? Nein, ne? Doch. Lol. Aber was hat das gerade bewirkt überhaupt? Na, ich denke mal, ich kann jetzt an den Computer, der vorher versperrt war. Hoffe es zumindest. Warte. Okay. Gut. 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 Diese Mini-Ecke. Ja, ich glaube, das war gar nicht als, äh, Schutz geplant. Da hatten wir unfassbar Lack. Okay, keine Verbindung mehr. Was geht? Ich glaube, wir müssen erstmal Mumie holen. Ja, aber was machen wir jetzt bitte schon, wenn die Drohne kaputt geht? Dann war's das. Hätte ich doch oben lang gemusst. Bitte nicht. Ja, doch, oder? Wahrscheinlich. Oh. Ja, weil Mumie sonst runtergeblasen wird. Ich glaube, ich verstehe schon. Egal. Wir brauchen eine Abkürzung, damit... Ja, wobei hier wird doch auch geblasen. Hm? Ja, aber es war... ...richtig. Mein Plan, Alter. Es wird immer kompliziert. Dreieinhalb Stunden ist dann aber auch sehr, sehr großzügig, glaube ich, berechnet. Bin ich echt so schlecht? Bin ich so schlecht? Komm. Okay. Doppferner, danke für den Vorstand. Willkommen. Go. Okay, der Rückweg ist sogar recht einfach. Das Problem ist der Hinweg. Drück. Und... Beiß. Yeah. Jetzt haben wir unsere Ruhe hier. Nein. Es kann auch sein, dass sie vielleicht versucht haben, die Menschen zu retten und deswegen ein anderer Planet, da die Erde vielleicht zerstört wurde oder sowas und sie dann auf den anderen Planeten geflohen sind. Ja, aber die Frage ist eigentlich eher, warum es hier Probleme gibt und nicht wieso wir von dem einen auf den anderen Planeten sind. Also das ist eigentlich ja schon relativ schnell klar gewesen. Warum entführen die uns? Und wo kommen die auf einmal her? Ja, das ist die große Frage. Für Blind machst du es gut? Hm, weiß nicht. Das kommt ja anscheinend doch noch eine Menge. Oder? Oh, nee. Wie geht das denn jetzt? Ich habe das Gefühl, der muss das hier auframmen. Aber er geht doch immer zu dem Loch. Oder kannst du was machen, Mui? Ist das ein Schalter? Nö. Und tot. Nee, doch nicht. Puh. Oder kann man da durch? Achso, Bruder. Das sah so aus, als ob das irgendwie verstopft wäre. Mann. Alles klar. Dann einfach nur dran vorbeischleichen. Ja, komm, piss dich, du Schwanz. Piss dich. Komm her. Ah, shit. Mui, warum machst du diese? Shit, alter. Komm her. Okay, pfff. Oder war das jetzt falsch? Der war... Serious? Ich meine, ich komme dann durch. Ja, aber was ist denn mit ihm? Was? Zum... Ja, aber da musst du halt auch ultraschnell sein, ne? Digga. Ja, moin. Boah, sowas haben wir vorher auch noch nie gemacht. Also so in... Dem Spiel fehlt ein Rennen-Button. Jetzt wird's gottlos. Oder mache ich wieder irgendwas falsch? Muss ja oben lang, oder wat? Ja, ich glaube schon. Irgendwas stimmt nicht. Okay. Alles klar. Jut. Schööö. Mm. Mm. Nur, um dann doch getrennt zu werden, oder was? Yo! Kontrollier ihn, komm, du schaffst es! Was ist das denn jetzt? In dem Spiel fehlt ein Raketenwerfer oder Granaten, haha, ja. Ja, ist er jetzt tot? Können die nicht bringen? Ne, er wurde entführt. Och, nö. Aber andererseits ist es einfacher, auf einen aufzupassen, als auf zwei. Allerdings brauchen wir seine Fähigkeiten. Ist es jetzt wirklich noch eine gute Idee, da tief reinzugehen? Jetzt sind wir halt echt der Allerletzte. Aber warum entführen die alle? Verdammt. Verdammt. Oh, doch nochmal der Traum. Frage mich, ob es dasselbe Szenario ist, oder? Oh, nein, es ist nicht dasselbe. Mu ist dabei. Warum? Oh, nein, ich bin. Ah, warte, vielleicht sind das keine Träume, vielleicht sind das Visionen. Das Good Ending. Wo sind wir? Es muss uns ja jemand gefunden haben oder nicht? Was geht? Jetzt, finde ich, kommt das schwierigste Rätsel. Oh mein Güldes. Ich glaube, weil er auch Mui verloren hat. Achso, das könnte sein, weil die sind ja beide an der Stelle gestanden, wo dann die Roboter kamen. Aber ich fand den Traum jetzt ansonsten ein bisschen zu fröhlich irgendwie. Aber er kann so verstanden werden. Ja, stimmt. Da ist ein Mensch! Tatsächlich! Meister Kenobi! Ja! 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 Wir müssen das Lied spielen! Und dann beleben wir diesen Roboter, oder was? Okay, 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 okay. Aber wie, 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 wie mache ich das? Vielleicht müssen wir auch erst mal mit ihm sprechen hier. Ah ja. Alter, erschreckt mich nicht so. Dieser Jumpscare. Waisenkinder vielleicht. Nee, nee, das war schon die Basis, weil da war ja auch dieses Zeichen und der Brunnen zu sehen, wo wir vorhin entlang gegangen sind. Das war exakt die Stelle. Hm, das ist das Lied, ja, 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 okay. Aber es ist falsch. Wir müssen es exakt so spielen, wie es da gerade abgebildet war. Hier. Das da. Das ist der Code. Diesmal mache ich ein Bild, Alter. Und dann müsste der Robo, ja, wiederbelebt werden und uns gehorchen eigentlich. Jemand hat gerade geschrieben, jetzt kommt das schwierigste Rätsel. Wieso? Ist doch eigentlich eindeutig, oder? Genau. In die Mitte. Dann ist es jetzt ein Punkt in der Mitte nur. So. Ein Strich ganz links. Ein Strich in der Mitte. Und zwei Striche rechts. Ist doch geschenkt eigentlich. Sollte richtig sein. Das hier ist die Lösung anscheinend, Freunde. Nee. Keine Ahnung. Ein Harvard-Student darf gerne nach dem Stream ein Kommentar verfassen, um es für Dudis zu erklären. Ich sehe aus wie Einstein. Hat einen Grund, warum ich hier sitze. Dom Fennertz, danke für fünf Münzen und ein schönes Wochenende auch an dich. Yeah. Jetzt greifen wir gemeinsam an. Los geht's. Episch. Episch. Wer braucht schon Pferde? Oh nein. Geil. Verdammt. Er will keine Quick-Time-Events spielen. Ich bin halt Xbox-Controller gar nicht gewöhnt. Ich bin halt Xbox-Controller gar nicht gewöhnt. Oh nein, er ist kaputt. Aber Kuss. Jo, was jetzt? Oh, zum Glück bin ich da nicht gestorben. Das hätte sowas von die Stimmung verstört. Aber das Problem beim Xbox-Controller ist ja, dass Y und X immer vertauscht sind. Und wenn man halt nun mal ein Nintendo-Gamer ist, dann denkt man immer für einen kurzen Moment immer falsch. Und das kann dich schon das Leben kosten. Das hatte ein bisschen was von Star Wars gerade. War sehr geil. Und ich denke, jetzt sind wir unter der Hauptbasis. Oh boy. Tom Luffy, danke dir für die sechs Monate Mitgliedschaft. Dass die auch immer so plötzlich kommen müssen. Nein, oder? Vergessen. Okay, gut. Ich glaube, wir müssen hier rauf. Und hier hoch. Okay. Jetzt geht's zur Hauptbasis. Yes. Eindeutig. Mal schauen, dass der Wächter kaputt gegangen ist. Das wäre cool gewesen. Hätten wir jetzt ein paar Rätsel mit dem machen müssen hier. Aber hey, er hat seinen Zweck erfüllt. Das Ding wieder. Okay. Ja, glücklicherweise weiß ich ja jetzt, dass wir da einen Magneten haben. Aber das heißt auch, ich muss erst da drauf. Oder? Nee. Geht ja gar nicht. Hä? 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 Ah, wait. Leandro, Kuss für 28 Monate sage ich Dankeschön. So. Ich glaube, das ist richtig. Wenn das Ding so bleibt. Bleibt es so? Ja. Bisschen rüber noch und runter. Ja. Ja. Er ist vor 20 Minuten eingeschaltet, aber weiter so. Gefällt mir. Danke, Arus. Willkommen. Kann man sich ja alles morgen nochmal anschauen. Aber wartet drauf, dass ich die Fels rausgeschnitten habe. Ach, gut. Was transportieren die da auf den Laufbändern? Sind das alles die Gefangenen? Gute Nacht, Shy Guy. Ja, die transportieren die Gefangenen, zieh mich sicher. Da ist auch gerade so ein Gigaroboter weggeflogen. Zieh leine, man. Ja, toll. Ja, ich bin gelaufen, sobald er hochgegangen ist. Also, Digga, was war jetzt schon wieder falsch? Hä? Was war schon wieder falsch? Muss ich springen, wenn er rechts oben ist? Ja, aber wieso denn? Tatsächlich. Was ist das? Was ist das? Moment. What the? Ah, ich muss da rein. Ja, moin. Oh, schnell, 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 schnell. Das Signal ertönt. Jetzt kommen wir an die Basis. Oh, ich frage mich, ob man die Story überhaupt verstehen wird am Ende. Green Link, danke dir für den Zehner. Kennst du das Game Banishers? Was ist deine Meinung dazu? Kenn ich nicht, ne? Ich weiß, was man hier gerade nebenbei einzugeben. Ist ja gerade Sequenz. Ach so, das von Don't Not, das Neue. Ah, finde ich weird. Es ist sehr, 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 sehr skurril. Boah, wie weit oben ist das, oder? Ah, fliegen wir jetzt zu dieser Basis, die wir auf dem Bauplan in der Mitte gesehen haben? Ja, oder? Boah, was geht da ab? Ihr bist futuristisch, alles. Das, was euch mitnimmt, wenn ihr nicht liked, ist das. Korrekt. Also, wenn ihr hier nicht landen wollt, und ich glaube, das will niemand, dann knall den Daumen rein. Es wird nur noch komplizierter, oder? Donation übersehen, ja. Einfach, Alex. Danke für fünf Münzen. Wirst du jemals Hey, Pigment spielen? Oder hast du es gespielt? Ich habe jedenfalls nichts dazu gefunden von dir. Ne. Hat mir nicht gefallen, als ich das einmal angespielt habe. Deswegen wird dazu auch nichts kommen. Ich denke, wir müssen einfach... Ich ziehe doch! Wir müssen das nach links ziehen und dann den Schalter drücken, während er wegguckt. Dann müsste da rechts dann das Elektrofeld verschwinden und wir können abhauen. Mhm. Man hat hier aber sogar ausnahmsweise mal viel Zeit. Also... Ja, doch. Aber ist schon ein bisschen viel Stealth in dem Game auch. Ihr wisst, das mag ich nicht. Oh, die entfüllen ja wirklich alles. What? Was zur Hülle? Wie gottlos. Was ist denn los? Was jetzt? Die Katzen werden verschont? Warum? Also ich meine gut, aber warum? Alles andere wird zerschreddert. Es hat mir aber auch niemand gesagt, dass das hier ein Wiesenhof ist. Scheiß Wiesenhof. Ja, ich weiß, die anderen sind auch nicht besser. Okay, ähm... Das ist jetzt sehr, sehr seltsam. Warum werden die Katzen verschont? Okay, F.C. einfach. Ja, so ein typischer Massenbetrieb. Katze ist gleich Gottheit. Ja. Vielleicht ist das irgendein Ägypter hier, der... Äh, hier war alles zu sagen hat. Oh, wir sind schon wieder viel zu langsam. Komm schon. Komm schon. Boah. Jetzt fängt es an zu eskalieren. True. Da ist er. Wir bringen ihn irgendwo anders hin. Aber wir haben auch die Menschen noch nicht gesehen. Vielleicht gibt es für alles ein eigenes Schicksal. Das Ding ist, wenn ich ihn befreie, dann werden wir es nie erfahren. Ich glaube, es ist nur dafür da, um die Drohne loszuwerden. Ja, genau. Die kommt da in den Mülleimer. Und wir können durch. Warte, was? Warum hat sich das denn gefreit? Was? Aber ist egal. Ah, jetzt sind wir die Drohne. Okay. Äh. Was? Kiste runterschieben. Die Drohne ist stark genug dafür? Aber selbst wenn. Was bringt denn das eigentlich? Ja, auch nicht wirklich, ne? Okay, auf Krampf ein bisschen. Ja, aber was dann? Ach, halt. Die Kiste muss. Ich wusste, dass oben links irgendwas, ähm, reingesetzt werden muss. Die Kiste musste offensichtlich rein. Und dann wird Mui freigelassen? Why? Können wir das dann irgendwie austricksen? Als ob. Als ob. Jenny, vielen lieben Dank für Simons und Grüße. Ich komme nur, um dir einen schönen Abend zu wünschen. Bleib gesund, pass auf dich auf und versuch etwas zu entspannen. Danke dir, du auch. Ist ja jetzt auch schon spät. Ja, okay. Als ob wir das jetzt einfach austauschen können. Hä? Was? Warum? So, wir, 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 ähm. Haben so getan, als ist die nächste Lieferung gekommen. Aber was passiert denn dann in diesem... Gefäß? Normalerweise. Sehr cute. Da sind wir wieder vereint. Aber wir müssen noch die anderen retten. Also los. Du musst auf die Drohne rauf. Da oben ist ein Schalter. Drück ihn. Ich hab ganz mieses Gefühl. Ja, same. Gott. Wie crazy ist das hier bitte? Ah, das wird immer schlimmer. Okay, ruhig bleiben. Rauf da. Schön. Perfekt. Perfekt. Ich hoffe, die machen keinen asozialen Plot-Rust, dass die Katze böse ist. Das wäre schon arg gottlos, ey. Würde ich den Stream instant löschen. Nein, das können die nicht machen. Die ist doch viel zu süß. Aber seltsam ist es schon, oder? Weil die, das sah jetzt halt nicht so aus, als wenn mit der irgendwas Schlimmes passiert. Die anderen wurden zersägt und er hat einfach chillt gewartet auf irgendjemanden, oder so. Ich weiß es nicht. Das ist sehr, sehr seltsam. Ich dachte eigentlich, wir würden Fragen klären und nicht neue Fragen aufkommen lassen. Ach, weiz. Es gibt doch nur den Weg. Was habe ich nun wieder verbockt? Sag mal. Oder soll ich mich von hier fallen lassen? Aber wieso kann ich dann zum Teufel dann nach links? Oh, okay. Checkt es hier irgendjemand? Was ist hier los, bitte? Was ist hier los, bitte? Babies? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Hä? Haben die da einen Weg gefunden, um Kinder zu klonen, oder was? Deswegen war auf der Blaupause auch das Baby zu sehen. Das ist quasi so der Code, wie man Kinder macht, ohne sie auf natürlichem Wege zu machen. Und dann sollten die wahrscheinlich auf verschiedene Planeten, um, naja, die zu besiedeln. Und das ist einer davon. Warte mal, sind das jetzt die Entführten, oder sind das erwachsene Babys, die hier gezüchtet wurden? Jetzt, ob man hier noch sterben kann. Ich war jetzt eigentlich sicher, dass ich in den Chat schauen darf, aber nein. Okay. Cool. Luxuriöser als meine Wohnung. Sieht schon nicht schlecht aus. Warte mal, wenn sie da vorne irgendwo ist, dann sind das doch Entführte? Oder was? Ja, da ist sie. Ach, nö. Jetzt schaffen wir noch die 40 Tote. Alles klar. Mui, wo bist du? Da bist du. Äh. Hilfe? Mui, kannst du nicht warten? Muss ich runter? Ja, ich muss runter. Muss ich nach links? Ja, ich muss nach links. Ich muss auch links. Okay. Okay. Immer Mui nach. Let's go. Mui, wo lang? Rechts, links. Okay, gut. Aber warum kennst du den Weg? Warte mal. Warum kennst du den Weg? Warum kennst du den Weg? Warum kennst du den... Bitte, bitte nicht. Nein. Nicht Mui böse machen. Nein. Nein. Aber schon sass, dass er den Weg kannte. Gen... Genpool für die Babys. Ja, safe. Also ich denke, dass ich damit richtig liege, dass die halt wissen, wie sie Babys produzieren und die entsenden diese Raumschiffe überall hin, auf jeden Planeten, um die zu besiedeln. Absoluter crazy shit. Ich hab jetzt irgendwie Angst. Was macht ne Genki-Dama hier? Was? 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 Das war einfach gerade Metroid Dread Amy Chase. Oh! Ah, das ist das Ding, das das Signal auslöst. Oh, und das ist der Stern. Dieses Licht, was wir auf... äh... auf den Steinplatten gesehen haben. Also, glaube ich. Bin ich sicher. Aber von allem ist es das, was da am ehesten hin... hinkommt. Was macht denn dieser Schalter? Achso. Brücken. Da links ist noch ein Schalter. Denke ich muss da jetzt hin. Aber das schaffe ich doch nie... Ja, okay. Warte, ich weiß wie es geht. Halt, 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 halt. Mui, wo bist du? Mui Bre, du musst das für mich drücken. Ja, 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 okay, okay. Gerade noch die Kurve gekriegt, Lul. Es geht so. Pass auf. Mach zu. Das ist cool, finde ich. Ja, 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 das ist cool. Schnell. 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 Eieiei. Oh, mein Gott. Als ob ich das gecheckt habe. Hätte niemand gedacht, ne? Was ist das in der Mitte jetzt? Ist das hier so ein Energieball? Ist das hier so ein Energieball? Ist das hier so ein Energieball? Was? Psst... 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 What the hell? Wieso auf einmal A? Ja, X. Oh, Mui, was machst du? Mui ist wirklich Gott. Zum Schluss halbe Dragon Ball. Ja, auf Ernst, ey. Ja, aber wenn er so mächtig ist, wieso haben sie ihn dann die ganze Zeit verschont? Wait, what? Er saugt die Energie auf. Oh, nee. Und dann wird er zu dem neuen Stern, oder was? Das heißt, die brauchen den? Das ist halt deren Gott? Nee, warte, er hat alles aufgesaugt und vernichtet. Aber wenn er die zerstören kann, wieso haben sie ihn verschont? Nein, jetzt sag aber nicht, dass er sich dafür opfern musste. Mach nicht diesen. Ach, bocke. Ein Bock. War ja klar. Aber es macht doch echt keinen Sinn, oder? Wieso sollten die ihn verschonen, wenn er der Einzige ist, der sie aufhalten kann? Ja, er hat alle gerettet. Ja, er hat alle gerettet. Oh, warte, können wir dann... Wird er dadurch wiederbelebt wie der Roboter? Denn das war er nicht. Ja. Ja. Das war's für heute. Etwa doch? Ja, aber es ist auch die Frage, ob er überhaupt noch bei Sinnen ist. Äh, Moment mal. Haben wir die Kontrolle über alle? Weil die wirken nicht aggro. Die wirken eher so, als wenn die unter der Kontrolle von Mui stünden. Das wäre natürlich ein 200 IQ-Move. Mui ist der ein Roboter? Nee, glaube ich nicht. Mui ist wirklich eine Art Gottheit, so mäßig. Oder ist er doch ein Roboter? Weil das würde zumindest erklären, warum sie ihn verschont haben. Weil er als einer der ihren anerkannt wurde. Warte, er klingt wie ein Roboter. No way. Echt jetzt? Ja stimmt, das ist die einzig logische Erklärung. Er ist ein Robo. Weil die ganze Story macht keinen Sinn, wenn sie ihn verschont würden. Und das Einzige, was das ausgleicht, ist tatsächlich, dass er ein Roboter ist. Die Menschen haben also nicht nur diese, naja, humanoiden Roboter gebaut, sondern eben auch die Katzen. Als ob. Wir gucken nochmal ganz kurz rein auf die Blaupause. Hier unten links, da sehen wir Katze, Mensch, Roboter. Was man aber bis jetzt noch nicht ahnen konnte und was wahrscheinlich auch stimmt, die Katze ist auch ein Roboter. Und sie sollten wahrscheinlich Spielkameraden für die Kinder sein und so. Oh mein Gott. Yo. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber jetzt ergibt das alles Sinn. Yeah, 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 yeah. Und wir haben einfach die Kontrolle über alles. Das heißt. Ja, Mann. Wir können sie, wir können sie für. Unser Leben benutzen, um es uns zu erleichtern, so wie es ursprünglich auch vorgesehen war. Die ganze Technologie wurde ja nur erschaffen, um unser Leben zu vereinfachen. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum es außer Kontrolle geraten ist. Aber es ist wohl passiert. Jetzt ist es aber genau so, wie es sein soll. Sie werden benutzt, um den Wiederaufbau zu vereinfachen. Alles wieder so, wie es früher war. Und wir sind Freunde. Spielkameraden, die Hilfen bei der Arbeit. Ach, schön. Das ist besser, als wenn alle einfach explodiert wären und so. Das ist nice. Aber was ist passiert, dass sie böse wurden? Das schnalle ich nicht. Warum sind die Wächter dann unterwegs auf Mui losgegangen? Ich denke, die wissen das nicht. Es ist ja nur durch diesen Scanner aufgefallen. Der Scanner hat gesagt, nee, wird nicht zerschreddert. Fehler. Aber die Roboter selber scheinen das nicht zu wissen. Die sind wahrscheinlich nicht darauf programmiert zu erkennen, okay, ist das jetzt. Also ich denke, die sind einfach darauf programmiert, alles zu vernichten oder alles zu verteidigen in dem Sinne. Und deswegen wurde er als Gegner erkannt. Aber es stimmt schon irgendwie auch ein bisschen unlogisch, weil normalerweise programmierst du doch sowas ein, oder? Sonst würden die sich ja alle gegenseitig zerstören, früher oder später. Also ja, das ist ein kleiner Knacks. Das kann ich jetzt auch nicht so richtig erklären. Kleiner Logikfehler, würde ich sagen. Aber es ist trotzdem ein schönes Ende. Wir haben einfach einen Bug. Oder so. Ja, kann auch sein. Warum nicht? Das ganze Signal, das war ja so verbuggt. Vielleicht hat das einfach gesagt, yo, kill alles. Stimmt, das ist wiederum eine Erklärung. Der Stern ist völlig außer Kontrolle geraten. Hat alles vernichten wollen. Und deswegen auch Mumie. Aber woher er jetzt diese gigantischen Kräfte hat? Keine Ahnung. Das ist jetzt die Szene aus dem Traum. Ja, ja. Also hatte ich recht, dass es eine Vision ist, ne? Es war keine Vergangenheit. Es war die Vision der Zukunft. Der schönen Zukunft. Wiedervereint mit der Schwester und zusammen mit Mumie. Und alles ist wieder gut. Besser als je zuvor, möchte ich fast sagen. Weil jetzt leben wieder alle in Einklang und helfen sich. Vor allem erklärt das, Leute, dass wir doch auf der Erde sind. Was eigentlich auch klar war, weil die Kontinenten haben gepasst. Aber was wir uns lange gefragt haben ist, oh ja, okay, warum gibt es diese Katzen? Wo kommen die her? Das sind alles Roboter. Auch die Weltschweine wahrscheinlich. Die Weltschweine sind auch Roboter. Das sind alles... Wobei, warte. Nein. Weil die wurden ja zerschreddert. Keine Ahnung. Ich kann es nicht zu 100% erklären. Immer wenn ein Puzzleteil passt, fällt ein anderes an einer anderen Stelle wieder aus. Also ich kann leider nicht das ganze Bild zusammensetzen, aber es ist ein schönes Game. Wundervolle Grafik. Schöner Soundtrack. Manchmal ein bisschen schwer zu checken, was sie von einem wollen. Selten, kurz, frustrierend. Aber alles in allem ein sehr schönes Game. Super cute. Jetzt ist alles perfekt. Wir sind halt quasi eine Kolonie, die diesen Planeten besiedelt hat. Losgeschickt mit dem Raumschiff, das wir gesehen haben, zusammen mit den Robotern. Die haben den Genpool der Babys, wir waren selber mal diese Babys, wurden da gezüchtet, dann losgeschickt. Um hier ein neues Leben aufzubauen. Ja, und irgendwann wegen irgendwas ist alles schief gelaufen. Die Roboter sind durchgedreht. Ich mag auch so Mystery Sachen, also das kam hier schon ganz gut durch. Sehr gutes Credits-Theme. Yes. Stark. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann keine Ahnung. Spielt es selber. Auf dem Game Pass ist es kostenlos. Ansonsten wird es auch sicherlich nicht die Welt kosten. Freut mich aber, dass ihr zugeschaut habt. Danke an jeden Liker. Vielleicht kennt ihr noch einen Freund oder eine Freundin, dem das Spiel auch gefällt. Schickt ihm doch gerne oder ihr den Stream. Damit er oder sie auch mal reinschauen kann. Unser Dank geht an unsere Familienfreunde und an alle, die das Spiel gespielt haben, denke ich mal. Standort, ich konnte es nicht ganz zu Ende lesen. Aber auf jeden Fall, danke an das Entwicklerteam. Einzigartiges Game. Toller Indie-Titel. Und damit wünsche ich jedem eine gute Nacht. Das war Planet of Lana. Bis morgen.